Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert die Spoiler-frei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit dem Christian. Hünsch, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Ja, hallo. Und mir dem Max. Wir haben uns entfernt, vor allem Christian hat sich entfernt vom Ufer des Rheins, des Rheins hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und wir sind jetzt wieder in heimischen Gefilden, da der Warnow, wir haben uns wieder ein warmes Plätzchen gesucht im Kinosaal, denn es ist mal wieder was über die Leinwand geflackert. Und wir haben endlich mal wieder Zeit gefunden, zusammen Film zu schauen. Ja, ihr habt das ja schon am Titel gesehen, was wir geschaut haben, da kommen wir gleich zu. Und es ist schön, Max, wie du das so sozusagen eine direkte Verbindung zwischen der Frankfurt am Main Podcast und dem heutigen Tag ziehst. Das, obwohl gefühlt eine Ewigkeit dazwischen liegt. Das kommt noch dazu, ja. Ja, es war wirklich jetzt gerade so ein Moment von, ja mal gucken, ob wir noch wissen, wie das geht. Und gleichzeitig weiß ich auch, also ich habe wirklich dieses weinende und lachende Auge zu den seltenen Aufnahmen. Und das Weinauge ist natürlich genau das, das könnte man noch ein jede Woche machen. Und dennoch merke ich, ja, ich finde das auch gut, also in meinem Leben passt das momentan ganz gut rein. Ich meine, immerhin habe ich es geschafft, genug Dinge zu tun, dass sogar mein Nachname jetzt schon ein anderer ist. Musstest du etwa untertauchen. Ja, genau. Und ich habe mich auf jeden Fall jetzt sehr gefreut. Kaum warst du im Westen, konnte meinen Namen zurück. Ja, es war jedenfalls so auch ein schönes, ich glaube, ich war jetzt auch seitdem, weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt, sage ich jetzt so daher. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich seitdem schon wieder im Kino gewesen bin. Und jetzt war das sozusagen eine sehr schöne Gelegenheit, hier auf der großen Leinwand einen Film zu sehen, den ich schon kenne. Aber es ist so unglaublich lange her, dass es eigentlich eine permanente, angenehme Überraschung war. Du hast ihn jetzt sozusagen nach der Vorabsichtung denn nochmal wieder in groß gesehen oder wie war dein... Genau, also ich bin leider im Bunuel technisch nur... Also wir haben Pelle de Jour, schönes Tages geguckt, für alle, die den Titel nicht gelesen haben. Er hatte bisher noch nichts von ihm gesehen, ein paar Ausschnitte oder so immer dieses hier, das Auge wird durchgeschnitten beim andalusischen Hund. Und sonst eben, ja, die Titel, die so klangvoll sind eben, ne, das Gräte Schaden der Bourgeoisie, das Gespenst der Freiheit und sowas, aber nichts gesehen. Und dementsprechend war das jetzt sozusagen mein Einstieg, vor ein paar Wochen zur Vorbereitung gestern nochmal geschaut, heute nochmal geschaut und jetzt dann eben die Vorführung selbst auch nochmal mitgeguckt. Den größten Teil, ja. Genau, das ist eigentlich auch, glaube ich, eine perfekte Überleitung, finde ich jedenfalls. So machen wir das jetzt einfach zu deiner Einführung heute. Denn da habe ich dann danach, möchte ich den Tieren gleich auch noch auf ansprechen, zu den Dingen, die du da so einführst. Und das heißt jetzt für euch erstmal Clip-Up Max-Einführung direkt vor dem Publikum hier im LIVU Kinosaal. Bonsoir, hallo und bienvenue zur LIVU Schatzkiste, dem Ort für den Klassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Belle de Jour, schönes Tages aus dem Jahr 1967 von Louis Bunuel, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und gleich die Frage wieder in die Runde, wer hat den Film noch nie gesehen? Ja, richtige Entscheidung dann, dass das erste Mal ein Kino zu tun mit anderen Menschen, was Schönes gibt es nicht. Das ist das Anliegen der Schatzkiste, nicht nur die bekannten alten Filme mal wiederzusehen, sondern auch neue alte Filme mal zu entdecken und seinen filmischen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ich bin dann immer so ein bisschen der Leuchtturmwirt und sage hier, darauf muss man achten und sowas. Warum heute dieser Film hier, nicht nur wir haben so diese tolle Idee, immer alte Filme nochmal zu zeigen, sondern auch ein paar andere Menschen und die haben merkt, Moment, dieser Film wird 50 Jahre, den polieren wir nochmal ordentlich und bringen ihn in die Kinos. Deswegen, zum 50. Geburtstag wird er jetzt nochmal in 4K, das ist so ein tolles digitales Format, ganz dort hoch aufgelöst. So ungefähr ein bisschen so toll wie analoges 35 Millimeter. Deswegen kommt er jetzt wieder hierher. Hatte genau genommen am 15. September, also vor wirklich fast genau 50 Jahren 1967, seine Uraufführung in Deutschland, in Westdeutschland. Für die DDR habe ich keine genauen Angaben gefunden, deswegen behaupte ich einfach, dass es die Rostock-Premiere. Vielleicht liefe aber auch schon mal in Kinos, weiß das jemand zufällig so all das durch? Liefer Rostock, ja. Trotzdem. Nee, aber da ist es immer nicht ganz so leicht, DDR-Daten zu recherchieren, was du in den Kinos genutzt hast. Erzähl doch, der Name sei der damals. Genau, also vor 50 Jahren, das lohnt sich also, den mal wieder zu zeigen. Und es soll jetzt auch so ein bisschen der Auftakt sein in den kommenden Monaten in der Schatzkiste. So Filme von nicht ausschließlich, aber so vor 50 Jahren, Sie haben ja auch gerade schon Trailer gesehen, solche Filme wieder hier zu zeigen. Um zu gucken, was haben die damals eigentlich so für Zustände beschrieben und sich so für Themen gesucht. Und sind die vielleicht auch heute noch so ein bisschen aktuell? Und Louis Bonoel, von dem ich auch noch viel zu wenig gesehen habe. Genau genommen habe ich auch erst Belle de Jour gesehen. Und ein paar Ausschnitte aus einem anderen Filmchen. Das ist vielleicht so mit einer der bekanntesten Filmbilder, die es gibt. So ein weit aufgerissenes Auge, was da aufgehalten wird. Und davor eine Rasierklinge. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Verbindet das jemand mit einem Filmtitel? Genau, Ancien Andalou. Da dreht Bonoel schön durch. Er ist eben in diesem Surrealistenkreis unterwegs gewesen mit diesem anderen bekannten Mann, mit diesem Spitzbart. Weiß noch jemand? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Salvador Dali. Ja, genau. Das ist völlig richtig. Ich weiß nicht, was ist der Name? Das ist ja einmal freien Eintritt. Mit dem zusammen hat Bonoel viel gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob jeder jetzt schon weiß, auf was für einen Film er sich hier einlassen wird oder ob er gleich überrumpelt wird, was er hier zu sehen bekommen wird. Ich würde Ihnen raten, Sie können sich auf Details konzentrieren, denn Herr Bonoel hebt immer wieder bestimmte Sachen in seinen Filmen hervor. Zum Beispiel sehr bezeichnend die Kleidung, die Katharina Neuve, unsere Hauptdarstellerin trägt, übrigens von Yves Saint Laurent eingekleidet. Sie wird zu Beginn des Films in knalligem Rot herumlaufen. Dann wird die Farbe wieder ein bisschen heller werden, bis dann jemand in Schwarz gekleidet wie ein Teufel daherkommt und ihr böse Sachen ins Ohr flüstert. Und auch diesen Farbstil wird sie sich dann annähern. Und je nachdem, wie Sie Lust haben, können Sie darüber nachdenken, was könnten diese Farben bedeuten. Rot im Wald wie Rotkäppchen, weiß wie die Unschuld, schwarz wie der Teufel. Was steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Der Regisseur ist schon tot, den können wir auch nicht mehr fragen. Also haben wir schöne Vergnügen. Jeder kann sich selbst einen Kopf machen und sich am besten nach dem Film auch darüber austauschen mit anderen Leuten, um festzustellen, wir haben zwar alle den gleichen Film gesehen, aber alle was unterschiedliches geschaut. Auch sehr bezeichnet für diesen Film das Detail. Bei Blanke Brüste gibt es zu sehen, aber nur bei den Herren. Die Damen, nein, da sehen wir nichts. Es gibt schöne, entzückende Rücken. Und dann gibt es etwas, das nennt sich McGuffin. Das hat Alfred Hitchcock so ziemlich perfektioniert. Das ist ein Objekt in einem Film, dem die Hauptpersonen meistens hinterherrennen. Aber wir Zuschauer und auch die Personen selbst wissen gar nicht, was das eigentlich immer so genau ist. Da geht mal ein Koffer auf und wir sehen da was leuchten oder so, bei Pulp Fiction zum Beispiel. Aber wir sehen nie, was da genau drin ist. Und so ist es auch bei Belle de Jour. Da geht dieses Kästchen auf, was dieser asiatische Herr dabei hat. Und wir hören ein sehr merkwürdiges Geräusch. Eine Frau ist völlig verstört davon und sagt, nein, das mache ich nicht. Und unsere Hauptverstellerin sagt, gucken wir mal, was passiert so ungefähr. Und das Schöne ist, von allen Menschen, die diesen Film gesehen haben, haben wahrscheinlich alle mindestens zwei Meinungen, was in diesem Kästchen ist. Aber keiner weiß die Wahrheit, denn wir sehen es nicht. Und so können auch wir heute uns wieder ein Köpfchen machen, was könnte da drin sein oder was vielleicht auch nicht. Ebenfalls ein Detail, auf das man achten kann, ist die Frisur im Film. Katharine Nöw ist die blonde, dann gibt es noch eine rothaarige, mehrere schwarzhaarige und so weiter. Und man kann ja mal vergleichen, wer hat wann welche Frisur offen die Haare hochgesteckt? Sind die Haare gepflegt? Sind sie gerade zerzaust? Was macht die Figur noch so? Was kann man aus diesen Vergleichen der einzelnen Figuren so vielleicht herleiten, wie es den Personen gerade geht im Film? Was möchte uns der Dichter damit sagen? Oder was möchte er uns vielleicht auch nicht sagen? Denn es ist so, es ist eine Romanvorlage, auf der dieser Film basiert und stark abgeändert worden ist. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich da auch nur nacherzählen. Das Ende soll stark geändert worden sein und Bruno El hat wohl immer wieder mal durchblicken lassen. Er ist sich auch nicht sicher, was er mit dem Ende nur eigentlich sagen wollte. Das ist auch ein sehr sich durch diesen Film ziehendes Thema, dass die beiden Seiten Bewusstsein, Unbewusstsein, Traum und Realität, ich weiß nicht, wie hier so die Anhänger der Psychoanalyse und Freud vertreten sind, die werden möglicherweise ihren Spaß hier an diesem Film haben. In der Regel ist es ja so in Filmen, dass man stark abgetrennt hat durch filmische Mittel die echte Welt und die Traumwelt, wobei es natürlich sowieso Quatsch ist, die echte Welt ist ja nur die Filmwelt, dass man dann zum Beispiel irgendwie eine komische Klänge plötzlich hört oder Figuren schweben oder sonst wie, um klarzumachen, jetzt ist ein Traum und jetzt ist Realität. Bei diesem Film ist das ein bisschen anders und auch hier kann dann wieder jeder, wie er möchte, sich überlegen, bin ich jetzt noch in der Realität? Ist das Traum? Wie viel aus dem Traum ist jetzt gerade in die Realität gekommen und was soll das hier überhaupt alles? Ein Anhaltspunkt dafür könnten sein Kutschen, da kann man mal drauf achten. Oder auch, ja, Kutschen sind manchmal sehr erheitert. Kutschen kann man diesem Film vor. Und ein letztes Detail, auf das man achten könnte, muss man natürlich nicht, alles nur mein Vorschlag meinerseits, die Natur, die wir hier im Film sehen, die, ein Park im Herbst, der Verfall deutet sich an, wir sehen Strände, was könnten uns diese Strände vielleicht über das Innenleben der Figuren mitteilen? Oder wann steht die Figur vor oder hinter einem Zaun wie eingesperrt? Tja, kann man mal drauf achten, muss man nicht. Man kann auch einfach diesen Film einfach so auf sich wirken lassen. Und wie gesagt, ich empfehle danach, sich mit anderen Menschen auszutauschen, um festzustellen, das habe ich aber ganz anders gesehen und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und auch das fand ich auch einfach nur schön vielleicht. Ich wünsche jetzt anregende Unterhaltung. Dankeschön. So, ich habe mich sehr zusammengerissen, Max, nicht zwischendurch zu rufen, noch ein Spoiler und ich stehe auf, auch mit dem Augensticker. Aber ich habe mich sozusagen ein bisschen amüsiert darüber, dass du sozusagen ein Detail auf das nächste gehäuft hast, was auch wie so oft auch so zu schönem Getuschel im Saal führte, wenn dann das eine oder andere auftauchte. Und ich habe jetzt mal eine steile These in deine Richtung. Ich hatte so das Gefühl, also ich meine es wirklich ganz liebevoll, es hatte so eine süßliche Hilflosigkeit. So, was ist denn das für ein Film und wie soll ich den eigentlich nehmen? Genau, genau. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch in den nächsten Minuten dann noch zeigen. Genau, es war so quasi diese Mischung aus, hier, ihr könntet vielleicht diese Karte verwenden, wenn ihr jetzt hier da lang geht oder auch nicht. Und wer weiß, wo ihr dann, vielleicht kommt ihr am gleichen Ort raus. Aber ich, genau, weil ich finde, man kann sich gut so an irgendwie solchen kleinen Sachen festhalten. Ob man dann dem großen Ganzen irgendwie dann nahe kommt oder sonst wie, ich habe keine Ahnung. Das finde ich eben, das war, also das wollte ich auch irgendwie so rüberbringen, glaube ich, dass das eben wirklich ein Film ist aus meiner Sicht, wo das wirklich ziemlich gut zutrifft. Man kann sicher so eine Interpretation finden hier, Farbe, zack, zack, zack und diese Gegenstände und das und das. Aber das ist halt so viel und man kann auch hier mal nach links abbiegen und noch mal einen Schritt zurück gehen und wieder noch mal nach vorne und findet da so relativ viel einfach so, was eben so, ja, ich stehe glaube ich noch so unter diesem relativ frischen Eindruck, dass ich dann geguckt hatte und mir dann noch den Audiokommentar angehört habe von so einem Professor da. Der hat mir glücklicherweise auch so ein paar, ja, hier, das ist ja jetzt das und so und so. Also der spricht dann auch noch von so ein paar Gemälden, die im Film vorkommen und so oder Nachgestellungen von Gemälden, die vorkommen und wo ich auch gedacht hätte, wie das ist so bei Simpsons, weißt du, wenn die irgendeinen Film oder irgendwas zitieren und du denkst, oder du merkst halt in der Serie, ja, irgendwas ist jetzt gerade Hammer anders, aber ich weiß halt nicht, was sie zitieren und du merkst halt nur, irgendwas ist jetzt hier so ein bisschen schräg, aber du kriegst es halt nicht benannt und so ähnlich ist das ja dann auch im Film teilweise. Na, gibt es da eine Vorlage oder warum, was passiert, also was soll das jetzt gerade so ungefähr? Ja, also meine Kulturbildung gibt das ja überhaupt nicht her, dass ich jetzt irgendwelche Gemälde wiedererkannt habe. Ich habe über zwei Zitate nachgedacht oder also bei einem habe ich mich gefragt, ist das hier eigentlich gerade eine Anspielung auf Fritz Lang mit dem unheimlichen Typen, mit dem Monokel und der Kamera, ja, der da diesen, diese Erotik mit seiner verstorbenen Tochter irgendwie immer wieder nacherlebt. Und das andere ist dieses Herald Tribune-Moment, was ich einfach nur ein, also das ist ein Typ, der ruft, wer möchte denn bitte dieses Zeitungspapier haben und ich kenne das sonst eben nur mit, na, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Jean-Luc Godard aus dem Atem. Das sagt auch der Typ im Audiokommentar und der muss es ja wissen, der schließt den Professor. Weil was ich sehr witzig finde, ist, dass sich dann nochmal wieder aufgegriffen wird, dass dann später eine Frau fragt, ach, liest du ihr Zeitung auf Englisch? Ja, und da ist eben, also das war dann auch wieder für mich die Aufklärung durch den Audiokommentar, wenn sie da eben sagt, hier Aberfan Inquiry, dididim, und dieses, habe ich so gedacht, oh ja, da hat es bestimmt mit den Gangstern eigentlich zu tun, deswegen will er nicht, dass sie das liest. Und nein, dieses Aberfan ist irgendwie eine Gegend in Süd Wales oder so, erzählt er eben, wo es ein Grubenunglück gab und beschreibt damit eben, ja, also Brunuel auch bei aller Kritik und sowas und seinem Humor, den erinnert, er ist nicht losgelöst von der Welt, er ist sich auch der Probleme in der Welt eben bewusst. So hat er das dann eben gedeutet, dass er eben gerade so ein riesiges Unglück, was auch wohl, ja logischerweise, wenn es im Herald Tribune drinsteht, da eben in die Schlagzeilen geschafft hat und das sozusagen ein bedeutendes Ereignis war. Ja, ich finde ja, er ist ja mit den ganz privaten Problemen ja auf der Höhe der Zeit und wird wahrscheinlich auch immer, also ich glaube, in allen Zeiten wird das, was so, glaube ich, in den Menschen so innerlich so vorgeht, was in Belle de Jour vorkommt, glaube ich, auch die Menschen für den Rest ihres Daseins auf diesem Planeten beschäftigen. Bevor wir da nochmal hinkommen, will ich doch nochmal kurz wieder anknüpfen auf deine Einführung, die das so wirklich so schön lustvoll und humorvoll aufgegriffen hat. Also die Freude, die sozusagen im Entdecken dieses Films bestehen kann. Ich teile das ganz doll und habe mich vor allem deswegen auch gefreut, sozusagen mit so einer Idee auch in den Film geschickt zu werden. Und ich habe auch so gehört, dass während ich den so Film gucke, ich habe den wirklich nochmal so lustvoll wiederentdeckt und mich auch köstlich amüsiert. Ich finde auch, dass sozusagen die, die, wie dort, also im Grunde genommen ist es ja, also gibt es eine Weile lang immer wieder sozusagen die Vorfreude schon fast. Wer wird jetzt als nächstes die Belle de Jour sich sozusagen ins Zimmer gehen und sozusagen einen lustvollen Nachmittag mit Gerspyn Deloe verbringen und was da so für Gestalten und für, ja, weiß ich nicht, so für Gesellschaftshäppchen da so immer durch die Tür kommen. Das ist total amüsant, manchmal auch bedrohlich, vielleicht sogar ein Stück weit schockieren. Aber so in dieser Mischung so ist das, finde ich das total schön. Und ich habe auch so das Gefühl, ich habe es so gemerkt, aber der Film hat natürlich sozusagen eine so, eine bestimmte, also ich war mir nicht so sicher, ob wirklich alle sozusagen diesen humorvollen Teil auch so entdecken konnten. Ja, das ist sowieso immer die Frage, habe ich jetzt einfach nur so einen komischen Humor oder ist das eigentlich wirklich witzig gemeint? Ich habe vorhin nochmal einfach so kurz geguckt, wo kann man sich mal schnell noch so ein paar komische Eindrücke herholen. Guckst du mal beim Moviepilot, bei den Kommentaren, da war auch einer, der schrieb dann irgendwie, ja, und ich habe auch mehrmals laut gelacht, aber ich glaube nicht, dass es vom Film beabsichtigt war. Und da habe ich mir so gedacht, ja, jetzt würde mich schon interessieren, wo du gelacht hast, weil ich finde, hier gibt es mehr als genug Stellen, was mindestens beabsichtigt ist, ob dann vielleicht so laut lachen oder nicht so laut lachen, nochmal was ganz anderes. Aber diese ganze, ja, also das ist das, was ich unter Kafka-esk eigentlich so verstehe, dieses Absurde eigentlich teilweise so. Dann kommt es ja raus, ja, wir brauchen hier noch einen Tintenfass. Wow, was genau will er jetzt mit einem Tintenfass? Also sowas oder, also ja, das ist einfach dieses völlig, der hat da irgendwie lebend ihre Fantasien aus, die brauchen jetzt einen Tintenfass. Ja, was? Also genau, sowas eben. Und das finden sie ja wirklich immer wieder in dem Film. Ich will mal kurz einmal auch so, um das für mich auch nochmal so zu verdeutlichen, ich finde, das ist, also den Schlenker machen, was kenne ich von Bonnell? Das ist eigentlich so ein ähnliches Gefühl wie bei Belle de Jour vor sehr langer Zeit gesehen. Mal gucken, wie das wohl wäre, den mal wiederzusehen. der, also jetzt kommt es mir gerade wieder nicht, doch dieses obskure Objekt der Begierde, oder meiner Begierde? Nee, nee. Nee, der Begierde, ne? Der sozusagen, der hat sozusagen eine, einen legendären Einfall, der auch immer wieder erzählt wird, wenn von diesem Film die Rede ist, da möchte ich jetzt auch nicht zurückstehen, dass es sozusagen eine Hauptdarstellerin gibt, also eine Hauptfigur gibt. Und mitten im Film, mitten in einer Szene, sie geht sozusagen aus der Tür heraus und zur Tür herein kommt exakt die gleiche Filmfigur, aber eine andere Schauspielerin. Und das bringt mich so drauf, dass ich von, bei Bonnell, und ich kenne ja auch den analosischen Hund, noch sehr viel, sag ich mal, extremere Formen des satirischen, umgangs mit, mit sowas wie Realität, Traum, Fantasie, Märchenwelten, ja. Also das ist sozusagen, finde ich, dass Belle de Jour ziemlich, ziemlich sortiert ist, so. Also ich, ne, also sich, also ich habe das Gefühl, ich kann im Großen und Ganzen alles ganz gut zuordnen, so. Natürlich gibt es manchmal Momente, die einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen, also allein diese zwei Schnitte in die Kindheit von Catherine Deneuve, wenn man die so interpretieren möchte, sind ja wirklich, also dadurch, dass sie so kurz sind, da verliert man da schon mal kurz so ein bisschen die Orientierung, aber dennoch ist nicht so was so vollständig irritierendes, wie die Schauspielerin ist plötzlich eine andere. Also das ist... Also in dem Rahmen würde ich, oder wie gesagt, unbekanterweise, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde aber das gerade Richtung Ende hin. Also ich überlege gerade, dass wahrscheinlich dieser Blick aus dem Fenster, oder diese Aufnahme, also der Unfall ist geschehen jetzt hier zum Schluss bei Belle de Jour und dann gibt es so eine Szene, da überblendend, da sind so zwei Bilder ineinander, die Kamera geht langsam runter vor dem Bild und gleichzeitig und dieser Regen und dann sehen wir eben, wie Catherine Deneuve am Fenster steht, das ist verregend und dann habe ich gedacht, jetzt, weil mir dieses ganze Ende so verschoben ist, so zwischen, hä, Moment, aber eben wirkt es noch real, aber das passt ja jetzt überhaupt nicht mehr und vielleicht ist genau diese Überblendung, dieser Schritt zwischen hier fallen jetzt Trauben und Wirklichkeit endgültig zusammen irgendwie, so nehme ich mir den. Ja, also sag mal so, alles, was danach kommt, ist so, also weil die Szene, die dann folgt, ist permanent, also nicht permanent, aber sozusagen, also das letzte Stück dieser Szene spielt ja damit, dass wir plötzlich Geräusche hören, Katzen miauen, dieses, diese, Klingeln, oder diese Glocken auch von den Pferden. Genau, die Glöckchen an den Pferden, genau, und noch ein drittes Geräusch, das mir jetzt gerade entfallen ist, jedenfalls, also es spielt damit, dass Geräusche aus den eindeutigen Traumwelten plötzlich in der, also scheinbaren Realität da sind und sozusagen spätestens dann, wenn der gelähmt und blind und taub geglaubte Ehepartner dann wieder aufsteht, ist irgendwie klar, okay, hier, genau, es geht jetzt ineinander über und das hat ja für mich dieser frohlockende Blick von Kerstin Dünner hat ja auch irgendwie genau das, also plötzlich gibt es so was wie, ach, ich schmeiß jetzt einfach all meine, mein Bedarf irgendwie mein Leben zu sortieren einfach hin und umarme den Wahnsinn, also was immer es gerade ist, ob das jetzt in ihrem Kopf passiert oder ob alle jetzt gleichmäßig wahnsinnig sind, es ist jetzt auch egal und irgendwie ist das viel schöner als all die Zwänge, ne, also ich, so, ähm, also ich war richtig überrascht über dieses Bild, über diese Überblendung, weil sie ja irgendwie genau das hat, ne, also diese, diese Baumwelten, ähm, ja, aber ich denke, na ach so, jetzt kommt irgendwie so dieses Überblenden zu einem anderen, aber das passiert ja nicht, es bleibt einfach so, das ist ganz schön irritierend, und dann kommt der Schnitt, ja, gut, okay, alles klar, warum auch immer. Also, genau, also ich würde sagen, also ich glaube, dass wenn man das jetzt will, wenn das jetzt irgendwie ein Sport ist, also ich persönlich, das ist nicht, das ist gar nicht, davon bin ich gar kein Fan so, aber würde man es nicht zum Sport machen, alles sauber zu dekodieren, würde man wahrscheinlich darauf kommen, dass das genauso ist, wie du es beschrieben hast, und ich möchte behaupten, dass beim andalusischen Hund und beim obskuren Objekt der Begierde es solche Eindeutigkeiten nicht gibt, also im Sinne von, da gibt es einfach Dinge, die sind so assoziatiert, die kriege ich jetzt nicht, eindeutig erklärt. Was ich mir überlege, also mir sind zwei neuere Filme in den Kopf gekommen, zum einen natürlich Inception, einfach wegen dieses, auf welcher Ebene bin ich gerade, und dann habe ich halt so überlegt, weil bei Inception bin ich ja immer schon so reingegangen, ja wer sagt mir denn überhaupt, also dann kommt dieser super tolle Kreisel am Schluss, weil bei mir ja den ganzen Film über eigentlich die Frage ist, wer sagt mir denn, dass ich jetzt überhaupt jemals auf der Wachebene gewesen bin, in diesem ganzen Film, wer sagt mir, dass ich sowieso schon immer im Traum war, und da eben diese Ebene nicht so auseinander kann, und hier habe ich, und habe mich dann zu der Überlegung gebracht, okay, es scheint ja so, als wären wir in den Träumen, Gedanken, Fantasien von Catherine de Neuf, und habe dann mal überlegt, na wie wäre es denn eigentlich andersrum, wenn das tatsächlich nicht ihre Fantasie, wenn das die Realität ist und alles andere ist, ist die Geträumte oder die Fantasie dieses, ja, jetzt habe ich hier mit ihm und lass mich auspeitschen und mit Schlamm bewerfen, und aber in echt, nee, im Traum gehe ich lieber in so ein Freudenhaus und lebe das zivilisiert aus, sozusagen, und das andere, woran ich denken musste, war wegen des Glöckchens, wegen des Bimmelns, und weil ich so die ganze Zeit überlegt habe, ist das jetzt nicht einfach doch nur so ein alter Kreis, so ein Lustmolch, der sich hier seine Fantasien angucken möchte, habe ich an die Taschendiebin gedacht, an der Handmaiden von Park Chan-Wook, der kam, weil bei Park Chan-Wook, da war dann dieser, relativ zum Schluss, bei Taschendiebin kommt ja dann dieser Typ und sagt, ich bin so ein alter Lustmolch, ich will diese Geschichten lesen oder so, und da habe ich so gedacht, oh ja, wie geil, drückt er mir das gerade ins Gesicht, dass ich hier nichts anderes mache, eigentlich, und da habe ich so überlegt, ja, kriege ich den eigentlich von diesem Vorwurf freigesprochen, dieses, ja, der zeigt uns halt, die Frau, die möchte untergeordnet sein, man muss die hart rannehmen, das wäre ja so eine Moral, mit der ich aus diesem Film rausgehen könnte, dass die Frauen noch so schön wie die sein würden und so, aber wenn wir sie nicht hart rannehmen und schlagen oder sonst wie, dann sind die nicht glücklich, ne, und das fände ich irgendwie, das wäre mit meinem Weltbild jetzt nicht so zusammenpassend und ich glaube, der Pierre würde das ähnlich sehen, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwo genau das rauskriege, dass ich komplett sagen könnte, nein, das geht auf gar keinen Fall, nö, hast du dafür einen Beleg, oder nicht? Nein, nee, ich fände, das würde ja genau diesen lustvollen Teil wegnehmen, das Entdeckens dieses Films, also mir liegt das völlig fern, ich finde das reizvoll, das zu überlegen, wie das wohl wäre, also nicht das, also mich persönlich hat das jetzt nicht, ich komme jetzt persönlich nicht auf die Idee, dass das ist, auf jeden Fall muss man das genau einmal um 180 Grad drehen, aber wenn man es macht, ist das spannend, darüber nachzudenken und auf jeden Fall ist das ja ein permanentes Wechselspiel, ne, also dieses, also schon in der, nur im Plot ist ja angelegt, dieses Gehen zwischen den Welten so, ne, also es gibt da diese eine Welt, diese, 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 ja wirklich monoton, gesättigte Welt, in der offenbar alles da ist, es muss nichts gearbeitet werden, es geht einfach nur um, äh, das, das Leben genießen und darin ist diese Frau völlig erstarrt so und ich freue mich natürlich wahnsinnig, äh, für, für, für diese Frau, wenn die, wenn die sozusagen ein, ein, ein kleines Lächeln, eine gewisse Erregung, Aufregung irgendwie verspürt und warum sich nicht vorstellen, ähm, dass es genau umgedreht ist, ne, dass sozusagen die, die sozusagen in diesem wilden Leben, in diesem unberechenbaren Leben, äh, sich ständig nach der Sicherheit, der Monotonie, der, der Langeweile, äh, sehend, also, das ist ja auch, das ist ja auch in der Figur von ihr ja auch drin, am Anfang ist sie ja am Hin und Her gerissen, ne, also, will ich das, will ich das nicht, finde es ganz toll, wenn sie das erste Mal zu dieser Adresse geht, die dort, äh, der übergriffige Freund vom Ehemann, ähm, ihr so durchgegeben hat, ähm, wenn sie denn da so hingeht und, also quasi, da ist, das hat noch gereicht, bis zur Tür zu gehen, so, da hat die Neugier noch gereicht, aber dann ist zu viel, und wie es dann diese süße Maskierung mit, äh, der Sonnenbrille ist, ja, und dann traut sie sich ein Stück weiter und dennoch muss sie, will sie immer weiter die Fassade wahren, also, ist ja, ist ja gar nicht so einfach, diesen Schritt in diese unsichere Welt zu machen und ich habe übrigens das Gefühl, dass es für sie darum geht, ne, also, ähm, sie hat in Sachen Absicherung alles da und ist dennoch zutiefst unglücklich, also scheinbar geht es nicht darum, scheinbar, also sie kommt so auf die Idee, mein Lebensglück scheint irgendwie nicht dadurch zu erreichen zu sein, äh, dass ich immer abgesichert bin, aber sie kann sich zum Beispiel auch nicht darauf einlassen, dass wenn ihr Mann da auf sie zukommt und im Bett vielleicht das, äh, anfragt, äh, was auch vielleicht nicht so sicher ist, sie ist sich da nicht sicher jedenfalls, aber so, das ist, das finde ich ja spannend so, ne, was man so denkt, was ist denn da eigentlich in dieser Beziehung los, ne, oder was ist mit den Menschen los? Es hat so zwei Sachen, ne, wenn du eben sagst, wenn sie das erste Mal dort hingeht, also so viele Sachen, das ist das, was ich meinte mit den Zäunen zum Beispiel, das ist die Szene, wo dann erstmal so Zäune auftauchen, ist sie jetzt eingesperrt, bricht sie jetzt aus, aus einem Käfig, ist sie in einem Käfig, Und auch dieser Schnitt, wenn dann Charlotte, oder wie sie heißt, eben die Rothaarige kommt, mit diesem Sitzhaus nah, so, schau mal die Zigarette weg, und naja, geht halt zur Arbeit, und sie dann so, oder wenn sie dann im Treppenhaus ist, und dann kommt noch jemand anderes im Treppenhaus, und sie würde gerade klingen, ne, dann gehe ich jetzt doch zum, ich wollte hier nur zum Aufzug, was gucken sie mich an, oder so, überhaupt, also ja, wirklich, und dann auch wieder eben, da wird das ja einmal, glaube ich, schon reingestreut, wir gucken, glaube ich, die sehen auf die Füße, und dann kommt einmal dieser Rückblick in die Kindheit, ja, vielleicht, dass man die Füße vielleicht sogar spät, aber geht ja mehrmals diese Treppe dann hoch, und, im Gang nach oben. Ja, ich überlege, ob das beim ersten Gang, wenn sie dann nochmal kommt, also es gibt ja einmal das mit dem Arbeiter oder so, der sie da küsst irgendwie, und dann gibt es ja das mit der Kirche, mit der, wo sie die Hostie nicht, den Leib küsst die, und das zweite, was ich jetzt noch wollte, war, was hast du zum Schluss gesagt gehabt? Also sie, ach so genau, dieses Frigide im, na, das ist ja eben so dieser Kontrast, dadurch, dass er so nett ist, und dann eben auf diese Zuneigungsart will, das ist das, was bei ihr eben anscheinend nicht funktioniert, also, anscheinend ist es so, man, er müsste das Bestimmen da sagen, und dann, daran scheint sie auch irgendwie so Spaß zu machen, also, wenn sie da zuerst ausgepeitscht wird, dann schreit sie ja nicht, au, 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 sie wehrt sich schon durchaus, auch dann, wenn sie, wenn Adolf da sie hin und her wirft, dann als ersten Kunden, aber man sieht dann auch bei der Peitsche, dann wirft sie einmal so den Kopf in den Nacken, und beißt sich so auf die Unterlippe, und das sieht eher so aus, wie ein Teil ist da bei ihr erregt, oder so, also, dieser Lustgewinn durch den Schmerz ja auch, ist ja auch die Szene, wo ich eigentlich hier gerne gesessen hätte, so vor der Leinwand, und in die Gesichter der Zuschauer geguckt hätte, von denen, die halt den Film noch nicht gesehen haben, was da so gerade abgeht, wieso man so, hä, was passiert jetzt, warum wird sie aus der Kutsche gezogen? Ja, und es ist, also, das waren zum Beispiel die tollen Entdeckungen für mich, des Wiederguckens, ich hatte so diese ersten 10 Minuten des Films, noch ganz gut in Erinnerung, und war ganz schön beeindruckt davon, wie beängstigend diese Szene ist, also weil man so wirklich so, oh, das ist, das ist brutal, ich finde, das ist ja ein besonders toller Film, über die, die, auch durchaus die, die extremen Untiefen, der menschlichen Sexualität, ohne voyeuristisch zu sein, und das ist aber so ein Moment, also wo vielleicht, also ich manchmal dachte, das könnte man nur mit viel drasterischen Bildern irgendwie erzählen, aber einfach nur der Vorgang, die Kühle, in der das dort, in dieser idyllischen Waldwelt so passiert, hat was, ja, ist sehr beängstigend, und natürlich ist es dann hammer irritierend, wenn ich diesen Blick versuche zu deuten, also es ist wirklich alles drinnen, es ist kein, es ist kein eindeutiges, also, ja, es geht in beide Richtungen, lässt sich das auslesen, oder mindestens in zehn andere Richtungen auch noch. Also ich finde, ganz deutlich wird das ja, wenn hier der, der super tolle Arzt kommt, der auch schon in Kopenhagen operiert hat, und wo sie dann nicht die Rolle ordentlich spielt, halt ihn da zu erniedrigen, und dann durch dieses Guckloch guckt, dann guckt sie, dann, also die Szene ist schon fast fertig, sie guckt rein, dann kommt Madame Anaï, dann geht sie, glaube ich, einmal so kurz nach hinten, geht dann aber doch nochmal hin, und dann kommt die Madame rein, und dann sagt sie so zu ihr, wie tief kann man nur sinken, das ekelt mich an. Ja, aber trotzdem bist du, nachdem du weggegangen bist, nochmal rangegangen, Mädel, also, da muss doch, irgendwas ist doch da, ne, irgendwie so, ist es dieses Autounfallprinzip, man kann nicht weggucken, oder, oder ist es die eigene Faszination, ist, was macht sie da vielleicht auch, irgendwie mit. Oder was machen wir, nachdem wir von etwas fasziniert waren, das uns durcheinander bringt, wie, wie reden wir dann darüber, ne, das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied, wie ich was empfunden habe, und wie ich dann darüber rede, weil, vielleicht ist sozusagen das, also stell dir mal vor, du guckst dir das an, siehst was, was du vielleicht so noch nie gesehen hast, was du nicht so erwartet hast, findest das vielleicht in irgendeiner Form interessant, also so, dass du zumindest, wie Kesson Deneuve, nochmal ein zweites Mal hinguckst, und dann kommt anschließend diese Autoritätsperson rein, wie, wie beschreibst du das, was du gesehen hast, und ist es vielleicht erst mal sicherer zu sagen, schrecklich, furchtbar, ne, also, weil, nicht, dass die als nächstes sagt, ich muss das jetzt auch machen, weil, ich bin selber noch so durcheinander, dass mich das gerade vielleicht sogar erregt, oder interessiert hat, was mache ich denn damit? Ja, um dann in der nächsten Szene halt, den Abgelehnten anzunehmen, egal, was der da nur anbringt, wo die andere sagt, nein, mit mir auf gar keinen Fall, und das mache ich dann, ja, dann auch plötzlich so offen, und mit Küsschen, und lachen, und so, und, das ist schon, ja, das macht aber, glaube ich, auch dieses, das ist, glaube ich, aber auch, also, das ist natürlich eine extremere Situation, das ist eigentlich dieses Menschliche, dass du irgendwie, selbst wenn du irgendwie ein Prinzip hast, oder so, aber, ja, ich mache das jetzt halt trotzdem mal irgendwie, irgendwo auch immer, oder sonst wie so, bapapapam. Übrigens ist genau diese Szene, also das, was ja den, 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 die anderen Frauen, oder die eine Frau, Charlotte ist das, glaube ich auch, die ablehnt, ja, das ist ja, ich finde, das ist eine der, also vielleicht ist das wirklich die komischste Szene von allen, also ich würde übrigens sagen, da gibt es nicht viel dran zu deuteln, der hat da halt einen kleinen Flohzirkus dabei, und, aha, okay, ich mache mir die, wenn ich aber ganz einfach, und bleibe weiter bei der These, das ist der am einfachsten zu verstehende, und dekodierbare, Brunel-Film, nein, jedenfalls, also in dieser Welt, äh, sozusagen einen, einen Witz daraus zu machen, dass da also dieser dicke Chinese oder Japaner einen Flohzirkus dabei hat, und die Frau assoziiert irgendwie, was auch immer für eine Schweinerei er jetzt mit ihr vorhat, nein, auf keinen Fall, das mache ich nicht, weil, weil niemand versteht ihn ja, weil er spricht ja die ganze Zeit in seiner eigenen Sprache, und niemand weiß, was er eigentlich von denen will, und ich habe so das Gefühl, alle projizieren so, naja, weiß ich nicht, also jeder hat halt was anderes da drauf, ne, so, so das, ähm, vielleicht ist das, ist ja auch interessant, oder, das ist doch das erste Mal, dass, äh, die Belle de Jour so ganz in ihrer Rolle aufgeht, ne, total fröhlich auch ihn da schon, in den Armen nimmt auch direkt schon, ja, in einem Moment, wo sozusagen, ähm, es deswegen kein Missverständnis geben kann, also ich, ich versuche mir das gerade zusammenzubasteln, ich bin noch nicht ganz warm damit, aber, ja, dann sag ich dir, wenn er dann mit diesem Glöckchen klingelt, und dann kommt so dieses, ne, wir sehen die Hand in dem Bild, und dann kommt noch Katharina Neffs Gesicht, äh, und, und sie lacht, und das ist für mich eigentlich so diese Beschreibung der Szene, für mich auch als Zuschauer, es ist irgendwie lustig, aber ich verstehe es nicht, und, komm, lass mal lieber so, also so ungefähr, lass mal Liebe machen, äh, wie auch immer du das jetzt möchtest, aber, ich verstehe es nicht, es klingt irgendwie nicht schlecht mit diesem Glöckchen, aber ich habe keine Ahnung, was das Ganze eigentlich so ist. Wenn ich meine, so auf der sinnlichen Ebene ist es einfach eine Verknüpfung zu dem, was in der Traumwelt für sie irgendwie funktioniert, ähm, oder, ich meine, es ist ja auch so schnell gesagt, was, was dann heißt, dann funktioniert in ihrer Traumwelt, aber es gibt ja zumindestens etwas, also, ich finde, am Anfang kann ich das gut nachempfinden, also, ich bin, ich sehe als erstes diese, diese Traumszene mit dieser Irritation, ist das, ist das Genuss oder, oder, oder Leid, oder bedingt sich das einander, und dann Schnitt in, in, in einen unfassbar langweiligen, trockenen, unerotischen, unromantischen Schlafzimmer-Moment, ne, was denkst du gerade, Schatz, diese tödliche Frage in aller Beziehung und wir alle ahnen, ich glaube, wir wissen, was Kesvin Denhoff gerade denkt, ich habe übrigens allerdings im Laufe des Films öfter mal gedacht, was wäre denn eigentlich, wenn die Träume, in denen ja oft der Ehemann auch mit auftaucht, eigentlich die Träume des Ehemanns sind, das meine ich, also, wenn, wenn der uns schon hier so eine Dinger hinschmeißt, warum denn nicht einfach mal so Bisslum kennen, ist das die Wirklichkeit oder sind das andere Träume oder ist es vielleicht tatsächlich geschehen und er weiß halt, die Kutsche, Mensch, da hatten wir aber Spaß und den haben wir auch nur da, aber hier im Bettchen klappt das irgendwie nicht, warum, weiß ich auch nicht, aber da hat das funktioniert. Also, kann man ja auch einfach behaupten, ja, nur, das ist ja eine Auslassung, da, warum soll das nicht sein? Ja. Aber zumindest, also sozusagen, dieser, also, dieser inneren Logik folgend, also wir erleben da etwas, was das, das sozusagen eher ein positives Lustgefühl bei ihr hat, in diesen Traumwelten, dazu gehören auf jeden Fall die Glöckchengeräusche und wenn das sozusagen in der scheinbaren Realität dann auch plötzlich aufgegriffen wird, also das ist auf so einer, das macht so sinnlich Sinn, im Sinne von, also, das ist jetzt nicht mit irgendwas Sachlichem zu erklären, aber, äh, dieser Chinese mit seinem Auftritt, das, das klingt so ähnlich verlockend wie das, was sie sich sonst auch erträumt und ich finde das total schön, dass das so humorvoll ist, ich mag da total das, ähm, also, äh, man könnte daraus ja ein Drama machen, aus dem Wünschen von Freiern, vielleicht auch den unberechenbaren Wünschen, die unverständlichen Wünsche, dass man sich davor auch schützen muss, so, weil man gar nicht weiß, was einen da jetzt erwartet, dann, äh, sozusagen, ist das aber so humorvoll, dass wir denken, ach na ja, was wird schon passieren mit dem Flo und Hauptsache er drückt sie nicht oder so und dann ist das sozusagen so humorvoll und dann denke ich schon, ach, Wunell, manchmal nimmst du dich denn selbst auch nicht so doll ernst und nur um dann in dem nächsten Moment, wenn denn dort sauber gemacht wird in dem Raum, dann ist da dieser Blutfleck auf dem weißen Handtuch und alles ist so wild umgestoßen, wird das auch nochmal wieder gebrochen und wir fragen uns, was genau ist da vorgegangen, nur um dann diesen Moment wieder zu brechen, indem denn die Putzfrau sagt, ja, das ist ja wirklich manchmal nicht leicht auszuhalten und dann, ach, was weißt du schon. Finde ich übrigens auch sehr interessant, so dieses, wenn dann mal zur Sprache kommt, äh, mit dem 23 Jahre alt, ist ja nicht wirklich 23, kommt das hin, soll das echt sein und hat der, ist dann ihr Mann eigentlich schon deutlich älter, weil er ja so ein Arzt ist, die sind schon schon Dings und auch wenn dieses Angesprache, bist du noch Jungfrau, also Adolf sagt ja zu ihr, bist du einfach noch Jungfrau und es bleibt so ein bisschen im Raum stehen und denkst so, ne, ja, oder doch und dann eben dieser, dieser eine Blutfleck, wo ich denke, okay, es war jetzt natürlich nicht das erste Mal, weil sie vorher mit dem Adolf das hatte, aber es passt eben diese Jungfrau, und dazu passt auch immer wieder ganz viel dieses Ansprechen oder wir haben zweimal die Szene, wo sie ein Kind ist, sie wird angesprochen als, oder Madame Anaï sagt immer zu ihnen, meine Kinder kommt her und zum Schluss sagt Michelle Piccoli auch nochmal, aber was für ein schönes Kleid, die, die frühreife Schülerin oder so, sagt er irgendwie, also das ist ja auch da immer mit diesem, dass sie wirkt oder dass es eben rüberkommt, als wäre sie ein Kind, dass sie noch nicht erwachsen ist und so und ja, ist auch interessant. Ja, zumal ich meine, also der Film ja wirklich einfach durch diesen einen, wirklich diese eine ganz kurze Sequenz nahelegt, dass sie als Mädchen missbraucht worden ist, also, ich meine, es ist ja vollkommen unklar, also sehen wir etwas, was sie sich vorgestellt hat, befürchtet hat, gewünscht hat, erlebt hat, es bleibt, also ich finde es auch ganz angenehm, also dass das kein Film ist, der sich einfacher so Küchenpsychologie bedient, so nach dem Motto, wir erklären jetzt mal in ganz einfachen Sätzen Ursache, Wirkung so, aber, dass das so in dem, aber es ist halt im Raum und dass sie sich auch einmal auch der Oblate da verweigert, beim Gottesdienst, macht auch ein Gefühl von, ja, also vielleicht aus gutem Grund oder aus Grund, den wir noch nicht verstehen, aber sie wird ihre Gründe haben, auch in eine Verweigerung geht, ich meine, letzten Endes ist ja dieses Ausbrechen aus dem Alltag, in dem man ins Bordell geht, ist ja auch eine, also sich sozusagen, also beim Mann sozusagen kalt zu bleiben, nur um dann im Bordell sozusagen alles auszuprobieren, das ist auf jeden Fall auch ein Akt der Revolution, oder? Also der Selbstbefreiung. Naja, der Punkt, also gerade mit diesem, die Oblate, also den Leib Christi verweigern, ist es ja auch interessant, dass diese Szene nach der Szene mit dem Mann kommt, wo sie geküsst wird als kleines Kind. Wenn wir jetzt schon diese beiden Szenen in die umgekehrte Reihen vornehmen würden, würden wir denken, okay, sie hat erst verweigert und dann ist dieses Geschehen, also dass man sagen würde, das war schon in ihr, aber vielleicht so rum würde man ja eher denken, okay, erst war dieses, dadurch ist sie also geprägt worden und deswegen hat sie auch diese Reinheit Christi dann vielleicht irgendwie verweigert und so wie Michelle Piccoli dann quasi als die Schlange ihr den Apfel quasi anbietet und sie sagt ja erst noch, nee, zu dem will ich ja auch gar nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben und dann aber dieses, ja, jetzt ist der Flo im Ohr und jetzt, also gerade auch diese Taxifahrt am Anfang, wo dann, ja, hier kommt der Tausendmeilenblick und sie startet einfach nur, so wir gehen, was, wo, ich war gerade ein bisschen in Gedankenversorgung, ich weiß auch nicht warum, bim, 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 ne, also das ist so diese Idee, wie man eben sehr schön in diesem Film nachvollziehen kann, wie das so ganz langsam in ihr so, erst ist es nicht oder erst hat sie auf jeden Fall Fantasien, wenn wir diese erste Szene als Traum nehmen und dann kommt eben dieses, naja, es gibt ja auch Orte in der Realität, wo man seine Fantasien dann real werden lassen kann, so ungefähr ist ja das dann als, ähm, Weg, der da beschritten wird. Das finde ich dann auch stark mit dieser zweiten, längeren Fantasiesequenz, ich weiß gar nicht mehr, das kommt nach dem, Asiaten, wenn dann hier, ähm, ihr Mann und Husson da am, auf dem Feld sind und hier den, den Schlamm da reinschaufeln und so und das, äh, wenn ich auch denke, hä, der Ton passt jetzt aber nicht, die bewegen ihre Lippen gar nicht, das geht aber nicht, nein, nein, nein. Also auch da wieder, wie das so, völlig einfaches Mittel und man nur auch so kurz denkt, aber er zeigt jetzt dahin und das passt ja das, was man hört, zu dem, wie sie gerade sich verhalten und das ist so, hä, krass. Ja, also dieses, immer dieses ganz leichte, oh, ganz kurz schräg. Ja, genau, das ist wirklich, also ich, ja genau, ich würde sagen, dieses, mal zu schauen, mit welchen subtilen Mitteln, äh, Traumwelten zu Traum werden, weil sie plötzlich, so genau, solche, solche Kleinigkeiten passieren, oft ist es ja auch schon einfach, weil das Setting plötzlich so ein, so ein anderes ist, also wir erleben die gleichen Menschen plötzlich, ja, ich habe mich auch gefreut, dass ich schon am Anfang, habe ich auch diesen Bruch einmal auch drinne, also wir sehen so lange diese Kutsche und plötzlich sehe ich dann ganz hinten ein Auto langfahren. Ja, genau, und dieses Hut, hupen auch, diese, ja, genau, also merke das auch ich, also erst, ja, ich dachte, das wäre jetzt viel früher und jetzt bringt das Auto das Ganze durcheinander und. Genau, also wir können, das ist ja so, hä, das passt nicht, aber irgendwie passt es ja vielleicht doch, weil, hm, genau, richtig so ist es ja immer wieder. Ähm, ja, gibt es immer wieder und, aber das macht diese Träume ja eben auch so interessant, also gerade auch, wenn er eben sagt, ja, wie, so ein Element, was ich halt wieder finde, wenn Adolf sich plötzlich Belle de Jour schnappt und das Champagnerglas so wegschmeißt, ne, ist auch so irgendwie zwischen, merkwürdig lustig und komisch und dann sind wir in dieser Traumsequenz, mit diesen Bullen und Rindern und Stieren und Michel Piccoli wirft diese Suppe so weg und dann ist so, hä, das ist aber auch irgendwie ein sehr ähnlicher Vorgang, also das Essen beziehungsweise, oder die Flüssigkeit wird da einfach so, pfff, was interessiert es mich, wo das hinfällt und so und, ähm, also wo da irgendwie eine Verknüpfung da ist auf bildlicher Ebene, aber wieder dieses, warum das jetzt ist, weiß ich auch nicht so genau oder was, dieses, was will mir der Dichter damit sagen, pff, keine Ahnung, ist mir auch egal, ähm, was da eben so immer mit reinschümmert und das ist eben, äh, diese eine Szene, wo er dann, äh, also Pierre, ihr Mann stützt sich dann auf diesen, äh, auf die Schaufel und, äh, Michel Piccoli stellt sich so mit dem Kopf nach unten blicken zu hin und das ist irgendwie dieses eine Gemälde irgendwie von, viel früher hängt im Louvre oder so und, ja, das wird da eben so nachgestellt. Ja, das, so viel dazu. Das sieht einfach so an mir vorbei. Was, was überhaupt nicht an mir vorbeigezogen ist, was so richtig Eindruck gemacht hat heute für mich war, dass, ähm, ich also, so, ich auch ganz gut gefangen war so in dieser, in dieser Geschichte, also ich, für mich ist das eine, eine Geschichte der, der Selbstverwirklichung mit Mitteln, die mich ständig durcheinander bringen, ne, also, weil, das passt ja jetzt überhaupt nicht in meine moralischen Konventionen, wie sie das macht und da passieren ja auch ständig Dinge, die jetzt ihr vielleicht auch nicht so angenehm waren und sie kommt da ganz schön in Schwierigkeiten, so, aber irgendwie denke ich so, aber die, die macht, also ich, ich sehe ja, wie sie sozusagen, äh, äh, also, wie sie, also fast als würde sie vielleicht auch nochmal, also ich, jedenfalls, ich, ich, ich jubel innerlich, wenn sie, äh, äh, dann mal ihren Mann, äh, vom, äh, abholt und sie fährt das Auto und, äh, mit was für einer Freude sie da oft denn unterwegs ist, nachdem sie sozusagen diese, diesen für mich Selbstverwirklichungsprozess begonnen hat, ähm, und, und dann ist das sozusagen, und das ist das Bemerkenswerte für mich heute gewesen, dass der, äh, da der Film dann auch sich noch sozusagen noch, noch ein bisschen dran bleibt, also da verwirklicht sich jemand, ähm, und gerät dann in die Schwierigkeit, dass, äh, andere Leute festhängen in dem Muster Besitz und Eigentum, äh, und dann kommen da diese Gangster, tauchen ja plötzlich auf, also die ja wirklich, also, es ist ja so dieser erste Moment, wenn wir da diesen Überfall zuschauen, es ist so, huch, also da dachte ich ganz kurz, ah, auch in diesem Film macht Brunel einfach mal so heftige Sprüche, das kriegt kein Mensch wieder sortiert, ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach diesem Überfall einfach weitergegangen wäre in dem Film, also so war ich schon vorbereitet, nee, und dann finde ich, macht das ganz schön viel Sinn, dass damit plötzlich diese Leute auf dem Plan sind, also wir erstmal mitkriegen, dieses, äh, kleine, äh, Bordell, wo wir mal dachten, die, 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 also der Chef dort ist diese, diese reizende, äh, Frau, ne, die hat das alles im Griff, nein, nein, der Typ hat sie im Griff, ja, ähm, und, äh, und dann gibt es auch noch diesen anderen, diesen Jungen Spund, ähm, und, und dann diese, diese, ja, diese, ja, weiß ich nicht, diese flammende Affäre, die sich da zwischen der, äh, Kirsten Dönöf und dem, dem jungen Mann dort entspinnt und die sozusagen in der Katastrophe endet, weil der vom, von diesen, von diesem haben wollen nicht lassen kann, ne, also, also im Grunde genommen, äh, wenn du dich sozusagen, also für mich war das damit richtig so ein Stück weit auch eine Tragödie, dass du, wenn du erstmal dich so richtig selbst verwirklichst, äh, kommst du so richtig, äh, in, in Konflikte mit denen, die immer nur so in sich vereinnahmen, wie soll ich das sagen, ich weiß, irgendwie ist das doch toll, dass die Selbstverwirklichung dieser Frau, ähm, ähm, ein, ein Vorgang ist, bei dem andere auch was davon haben, weißt du, was ich meine, also, 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 naja, also natürlich auf die ganz befahrene Art profitieren die freier, aber auch die Beziehung und der Ehemann profitieren davon, ähm, also ich finde, dass das sozusagen, also ganz anders als so, äh, Gangster, die Leute überfallen oder Leute umbringen, so. Aber da könnte man ja jetzt anbringen, naja, aber ist denn dieser Umwegbordell denn nötig, warum, warum ist denn nicht die Offenheit zwischen dem Paar da, ne, wäre das nicht die, die einfache Variante? Alles haut das alles für mich überhaupt nicht hin, und ich kann da jetzt auch keine großartigen Ratschläge von meiner eigenen Beziehung drin entdecken, aber. Ja, woran denkst du denn? Aber einfach, ich mochte das einfach nur sehr, also für mich war das, erhob sich das Ganze wirklich zur, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, mir fehlen da gerade so die, die Worte, Parabel, da das Richtige ist, aber einfach nur, es war für mich nochmal eine Lektion in, in sozusagen die Begierden des Menschen, äh, sind manchmal eben auch wirklich, also, wenn Menschen so zu Objekten werden, ich meine, was hat denn dieser junge Mann jetzt mit der Frau, der ist doch nicht wirklich verliebt oder so, ne, aber, das ist sich für ihn einfach reizvoll so, das hat er sich jetzt irgendwie, so, so drin verguckt, so, die will er jetzt haben, und, und, und da geht jetzt nichts, und wenn er will, wenn er, wenn er anruft, will er, dass, dass sie verfügbar ist, und, äh, na, da hat er sich ganz schön geschnitten, so. Ja, ich finde es auch bei ihm dann wieder interessant, so, was so für Verbindungen und, und Sachen hergestellt werden, ne, also, sie hat irgendwie diesen Leberfleck, den er eigentlich nicht mag, und er hat diese Narbe auf dem Rücken, also, bei ihm haben irgendwie diese Sachen, und dann, bei ihr ist es ja der Knopf, der abfällt, also, dieser äußere Verfall, der, und bei ihm ist es dann halt diese Socke, die, äh, nicht richtig ist, und dann wird plötzlich diese violetten Socken am Schluss, sind immer noch so verwirrend, ähm, und dann hat er eben seinen Stock, ne, also auch wieder so ein Phallussymbol, und natürlich die Pistole, und als die Pistole, als er dann nicht mehr, äh, abspritzen kann, sozusagen, dann, äh, wird er auch gleich von einem anderen, mit der Pistole in die der gestreckt, also auch das wieder so dieses, diese Männlichkeitssache. Ja, das stimmt, er ist ja, genau, das ist richtig, er wird ja auch die ganze Zeit gezeigt, er ist ja quasi, unglaublich potente Männlichkeit, die da plötzlich, äh, in dem Film auftritt, äh, die ja wirklich alle anderen Männer komplett in den Schatten stellt, also, wir haben es ja mit ganz schön, mäßig potenten Männern zu tun, also, ich finde übrigens beim Ehemann, äh, da dachte ich übrigens, also, dass das deswegen für mich auch Sinn gemacht hat, dass wir öfter mal in den Träumen des Mannes und nicht der Frau sind, weil mir kommt der Mann eigentlich öfter auch, ja, der macht sich zwar ständig ran an seine Frau, aber irgendwie, also, also, von Männlichkeit ist ja jedenfalls nicht viel zu spüren, und, ähm, wer weiß, wie weit der überhaupt kommt, ne, also so eine, na kann man ja auch, eine latente Impotenz will ich, möchte ich ihm unterstellen. Ja, also, man könnte ja auch einfach mal sagen, na, der arbeitet im Krankenhaus, der hat da ständig Körperkontakt, ne, und, äh, bei dem Körper, wo es dann eigentlich idealerweise wäre, also sein eigener und der seiner Frau, eben, da passt das irgendwie nicht, da fehlen ihm die Instrumente dann, äh, und, äh, das lässt mich jetzt gerade auch an den, an Körper und Seele, der jetzt demnächst startet, denken, der Berlinale gewonnen hat, wo es ja auch wohl darum geht, das Thema körperliche Nähe, Distanz und, äh, seelische Nähe, Distanz, ähm, also, ne, ein Thema, was logischerweise sehr unerschöpflich ist, also, äh, das ist auch so ein Punkt, ne, er arbeitet im Krankenhaus und hilft da Menschen an diesem Ort und sie macht ja auch irgendwie im Idealfall Menschen, oder beide machen im Idealfall an ihrer, mit ihrer Arbeit Menschen glücklich, äh, so eine Art Parallele. Wobei wir natürlich wirklich, also diese Welt des, des Arztseins ist, eher wie so ein Symbol, wir kriegen ja wirklich kaum, also eigentlich gar nichts mit, ne, also wir sehen ihn immer nur so, draußen, draußen, ja. Ja, und, und wenn wir dann mal drin sind, dann, äh, geht's darum, dass halt gerade einer tot ist, der Gangster. Ach ja, stimmt, nee, gut, gut, und er ist im Koma, also das, das finde ich auch geil, wenn der, ich weiß gar nicht, ob das nun der Krankenhauschef ist, weil die Polizei scheint sich irgendwie nicht so richtig zu sein, wenn er dann zu ihr sagt, er ist im Koma, bleiben Sie ruhig, gehen Sie nach Hause, entspannen Sie sich, ja, genau, kann ich, haben wir entspannen, wenn man einen Mann sagt, sie kriegen jede Stunde Bescheid, ja, okay, dann kann ja, dann ist alles gut. Also war auch wieder so zwischen absurd und, ja, was soll er auch machen, ne, ähm, ja genau, also er ist dann tot da, also genau, wir sind dann mal im Krankenhaus, aber, äh, was eben auch eines dieser Objekte, das habe ich glaube ich nicht, habe ich dann nicht mehr erwähnt in der Einführung, der, der leere Stuhl, der ja immer wieder, erstmalig glaube ich, wenn Adolf eben mit dem Geschenk rausrückt, dann, ja, es gibt immer mal irgendwo leere Stühle im Hintergrund rumschieben, aber das ist ja auch so prominent eingefallen. Ja, 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 äh, Pierre, äh, Quatsch, wenn dann hier Michel Piccoli auch sagt, der Stuhl, aber der hat ein bisschen gelitten, ne, und er ist derjenige, der sich da reinsetzt dann in diesen Sitz, ähm, und Pierre, der vor seinem Krankenhaus diesen Rollstuhl anstarrt, und man denkt, was soll das jetzt? Und dann, oh, war wohl eine kleine Vorausdeutung mal wieder, da wurden wir wieder angefüttert, wie schon ständig in diesem Film immer mal so eine Sachen fallen gelassen werden, die dann später aufgegriffen werden, oder in anderen Formen aufgegriffen werden. Äh, und ja, dieser Stuhl, und dann eben zum Schluss ist, sitzt er ja im Rollstuhl eben. Ne, es dürfte doch schon wirklich öfter mal darum gehen, also das denke ich jetzt auch erst, als du das nochmal angesprochen hast, aber es geht schon ein bisschen darum, äh, welchen, an welchem Platz gehören dann die jeweiligen Männer eigentlich so, ja? Und, oder auch die Frauen. Ja. Wenn dann eben kommt, ist das dein Bett, oder wenn der, der Arzt sagt, sie gehören in die Küche, also wenn sie die Rolle nicht spielt, gehörst du in die Küche, und der Mann auf den Stuhl schrägt sich auf den Thron vielleicht so als Symbol dann eben. Ja, ja, oder eben sogar, also, genau, und der Thron kann aber auch ein Rollstuhl sein, ne? Also, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, ich meine, das hat das ja so, dieses Vorausahnde, dass wenn der Arzt da schon einmal so vor diesem leeren Rollstuhl steht, in dem der WD später dann selber sitzen wird, ähm, hat das sowas von, dass vielleicht sogar jeder schon so ein bisschen weiß, wo eigentlich sein Platz ist. Ich meine, das ist ja auch, also vielleicht ist das ja auch genau die Schieflage, die sozusagen, dass das Schicksal dann so brutal herstellt, dass eigentlich, ähm, sozusagen, eher so vielleicht Gesellschafts, von der Gesellschaftskonvention der Mann das Sagen hat, ne? Der Arbeitende, äh, der auch noch spät in die Nacht arbeitet und die Frau, die dann einfach zur Verfügung stehen muss. Aber ein bisschen ist das eigentlich eher umgedreht. Also die, die Frau, die Catherine Deneuve ist, ist nicht die Frau, die zur Verfügung ist, sondern das ist die, die sozusagen verfügt. Ja, von zwei bis fünf. Ja, und ich, und das ist das übrigens, was ich, äh, in diesem, in diesem, in diesem Gesicht, in diesem, es ist ja immer noch dieses weiße Gesicht, ja, aber, äh, da ist eine Vorfreude irgendwie, oder eine Freude, oder eine Befriedigung irgendwie auch drinne, so, ne? Jetzt hab ich das ein bisschen mehr in der Hand. Vielleicht ist das auch das, was da hier am Anfang so kalt sein lässt, dass sie es so gar nicht in der Hand hat, dass sozusagen, es ist immer der Mann, der jetzt auf mich zukommt, so, zu keinem Zeitpunkt kann ich entscheiden. Und dann ist es natürlich verrückt, dass sie nur ausgerechnet ins Bordell geht, als würde sie da mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben, aber, das ist eben der Flo, der ihr ins Ohr gesetzt wird, ne? Das, das gibt's eben auch und da macht die Frau, was sie möchte. Aber das ist ja auch ein schöner Moment, ne, wenn sie sozusagen gleich beim ersten Freier, ne, sehr betont nochmal, äh, ja, weiß ich nicht, ja, so wie sie sagen, Madame, oder, dieses Devote, ja, genau, das ist auch, damit auch eine Legitimation, ne, also, wenn ich sozusagen es gesagt bekomme, dann mach ich das auch, also. Und da wird er auch ständig wiederholen, Madame Anaïs sagt, ja, du magst es, wenn man nicht hart dran nimmt und Adolf sagt, ah, dir muss man wohl ein bisschen fester zugreifen und das finde ich auch eine Sache, die sich dann auf der Dialog-Ebene auch immer wieder zeigt, ähm, immer wieder ist es bei Kathrine Neuf so, dass sie so ansetzt, aber dann entweder unterbrochen wird, ihr jemand ins Wort fällt, auf jeden Fall, sie spricht den Satz, den sie sagen will, nicht zu Ende, sie sagt nur, aber, aber, und wird dann sozusagen überfahren und dann zum Schluss dreht sich das teilweise sogar, äh, dass Pierre irgendwie den Satz anfängt und sie fällt ihm dann ins Wort, sie beendet den Satz dann, also was das, was eben auf der Dialog-Ebene so dann auch passiert, als, als Umkehrung dessen. Ich habe, ähm, nee, ich möchte gleich noch ein bisschen über die Form sprechen, weil das wirklich, ich finde den auch, auch visuell wirklich, äh, sehr interessant und möchte gerne mal gucken, aber da fällt mir gerade noch ein, weil auch wegen dem Visuellen, mir ist da sehr doll, die Szene, äh, mit, äh, Nekrophilie ist das, ne, die, die Liebe zu den Leichen, ja, dieser Nekrophile, Inzestuöse Nekrophilie, scheint das zu sein, die Nekrophilie-Szene, ne, die ja auch noch ein Vorspiel hat, äh, äh, in diesem Café und das Interessante ist doch, dass dort dieser Typ mit dem Monokel, der, 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 der steigt ja aus der Kutsche aus, die wir schon gut kennen und das bringt mich doll dazu, dass ich in der Traumwelt bin, ich, ne, ja, also ich wollte dich mal fragen, also, weil das ist eigentlich die eine Szene, die ich nicht klar zuordnen kann. Ja, also genau, ich würde auch sagen, ein Element der Traumwelt, die Kutsche, kommt auf jeden Fall in diese Realität hinein und ich würde behaupten, dieses Café heißt, äh, Le ou de la Grand Cascade, was ich als der große Wasserfall übersetze und auch dafür habe ich keinen Reim, was das bedeutet, aber was, was ich interessant finde, ist, diese, diese Szene kommt bei fast, oder so ziemlich genau der Hälfte der Laufzeit, also wir sind in der Mitte des Films tatsächlich in diesem Moment und, das halte ich schon für sehr, sehr bewusst an dieser Stelle platziert, dass die Kutsche, die am Anfang ist, die Kutsche am Ende ist, genau in der Mitte, äh, Bu Noël sitzt dann auch noch mit da im Café übrigens. Ist das der, der so hoch guckt? Ja, der mit dem braunen Mantel, mit dem, der, 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 sehr auffälliger Typ, ja, ähm, und ja, ich finde auch, diese Szene, äh, die ist da einfach drin, ohne dass wir jetzt tatsächlich, also, ich stimme dir zu, die könnte auch ein Traum sein, weil gerade auch dieses Ende dann, äh, äh, ich finde auch diesen, diesen Diener so geil, wie er sie dann rausschubst, die Tür zumacht und dann nochmal so ganz leicht, so, diese Füße, aber so, als ob er sich total freuen würde, he he he, ich hab sie rausgeschmissen, also so ein bisschen wie Smithers zu Mr. Burns, total in ihn verliebt und wenn man anderen näher kommt, dann muss der sofort bekämpft werden, aber, Mr. Burns merkt das trotzdem nicht, aber es ist egal, ich bin immer für ihn da, so ungefähr, äh, aber diese gesamte Szene ist, der Anfang ist unvermittelt, das Ende und ich weiß gar nicht mehr, wo wir danach dann hinspringen, es ist auf jeden Fall nicht so fließend, dass wir sagen können, ja doch, oder ich glaube vielleicht mit dem Ende, dass die nächste Szene, dass sie das gleiche Kleid anhat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde diese Szene auch sehr, sehr, äh, interessant, ja. ich meine, zumindest spielt diese Szene damit, was sonst die Traumsequenzen für mich recht eindeutig, äh, identifizierbar macht, äh, da ist immer so eine gewisse Überhöhung drinnen, ne, also in all den anderen Bordell-Szenen, äh, gibt's ja auch ganz schön absurde Momente, aber es hat, es ist trotzdem immer noch geerdet, so, ne, und, äh, also ehrlich gesagt, allein diese Milch, die, die sie da trinkt in ihrem Café, also da weißt du, ich denke noch drüber nach, wie, hä, ist das schon etabliert worden, dass sie quasi auch Hausbesuche macht? Das habe ich auch, ne, also das ist ja, im Bordell drin, ja, wissen die jetzt am Tisch sowieso. Wie kommen die jetzt bitte zueinander? Und, und dann, genau, und während ich das so denke, hänge ich an den mit Milch benetzten Lippen von Gersfield und davon denke, alter Schwede, dieser nicht voyeuristische Film, der aber trotzdem voller solcher erotischer Momente ist. Ähm, und was ja auch wieder die Verwirrung erhöht ist, dass dieses Gebäude, dieses Anwesen, wo er wohnt, das scheint ja auch irgendwie dieser Park zu sein, wo sie mal lang geht, wo auch die Kutsche ja dann immer langfällt, also mindestens die gleichen, gleiche Bauweise, aber genau das ist ja eben so dieses, hä, ich kriege es jetzt nicht ganz, und also diese Unsicherheit, oder dieses, ja, wieder ein Grad gekippt, die Fläche und schon stehen wir nicht mehr ganz sicher auf den Füßen und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ganz schön, ganz schön surreal. Sag mal, jetzt lass uns doch mal bitte mal wirklich ganz, die Ernste Tee, nee, lass uns doch mal ganz vulgär, bitte spekulieren, ja, gut, Katzen können wir auch, ich möchte das mal vulgär, bitte spekulieren, was macht denn der Typ, wenn er unter den Sarg runterrutscht, äh, Kessi und Nürf liegt dort und, und guckt dann mal nach und, äh, der Onanierte oder was? Ist das Wahrscheinlichste, ja. Unglaublich, ja, richtig, die Katzen, das ist ja auch sehr schön, wie die Katzen ja schon früh mal zur Sprache kommen, äh, bei der Auspeitschszene, was, was sagt sie? Tja, was ist mit den Katzen, oder lass die Katzen, ich weiß es auch nicht mehr. Oder lass nicht die Katzen raus, oder irgendwie sowas, ne? Und wer kümmert sich um die Katzen? Dann tauchen die immer wieder mal auf der Dialogebene auf und wir hören sie dann in der letzten Szene auch mal kurz miauen, Also das ist dann auch der, dieser Diener, der da ankommt, äh, soll ich die Katzen jetzt reinlassen? Ah, weg mit den Katzen, oder was? Also was, ne, dieses völlig, die Szene ist schon so völlig absurd und dann kommt der auch noch, ja, soll ich die Katzen reinlassen? Ja, gleich. Hä? Das müsste man dann eigentlich, also weil eigentlich ist das immer ein ziemlich klarer Hinweis, dass wir ja auch in der Traumbild sind, ne? Also wäre wahrscheinlich dann das nächste, wann, welche Tiere tauchen auf, äh, und wie und so, wie gesagt, mit den Rindern, die da umherlaufen, ich weiß nicht, Gewissensbiss, außer der letzte, der heißt Sühne. Alles klar. Also auch immer was so reingeworfen wird, so diese Namen hier, ja, Palas, Palas, Hippolit, das klingt ja nicht so wie, äh, frischer französischer Name oder sowas, und dann, äh, dieses Kreuzwortritzel, er trug seinen, er trug seinen Vater auf dem Rücken, sechs Buchstaben, er ist Eneas, ah ja, alles klar, und dann dieser, dieser Kommentar, so dieses, ja, das kommt ja öfter im Kreuzwortritzel vor, ne? Ja, okay. Ja, ich merke auch ja, für den, für den, äh, einschlägig gebildeten Menschen gibt's da noch, das ein oder andere, Ich war auch überrascht, das hab ich jetzt auch nur bei der Kinovorführung gemerkt, dass einmal auf dem Tisch, äh, im Bord, da liegt, oder nee, war es bei ihr zu Hause, ich weiß es schon nicht mehr, da liegt einmal so ein, äh, gewebtes Deckchen, Benedition, und, also, gebenedeit, geweiht, äh, Ja, nun musst du es mir erklären, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Also da liegt halt so ein, so ein Lappen, also so ein Tischdeckchen, und da steht, äh, Benediktion, also Benediktion, wie auch immer man das noch spricht, also, äh, gebenedeit, ist, glaube ich, was heißt denn das nochmal, man ist geweiht, ach, naja, ein, ein religiöses Motiv, Christentum, behaupte ich jetzt, Mann, ich bin auch nicht so tief, ähm, ja, und, äh, sowas eben, wie dann immer mal vorkommt, ist ja auch so, hab ich auch mal kurz überlegt, wie viele Sprachen werden in diesem Film eigentlich, äh, wir haben das Französische, dann kommt einmal der Asiate mit rein, der Spanier, und dann, wenn Pierre einmal den, äh, lateinischen Satz loslässt, wenn sie ihn fragt, warst du auch mal da, und dann hieß hier, Semen, Semen, äh, Renetentum, Venemum est, und das heißt wohl so, frei zuher geschoben, der zurückgehaltene Samen wird Gift. Ach, guck an, ja, ich hatte schon an den Samen gedacht, und war mir dann nicht so richtig sicher, ob ich das wohl, ja, ich hab das dann auch, ich hab da auch zu Hause Standbild, sagst du, sagst du es nochmal, der, 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 also Samen, äh, Semen, Renetentum, oder so wie ist, der zurückgehaltene Samen, und dann, Venenum, also Venem, kennt man ja als Gift, äh, est, der zurückgehaltene Samen wird Gift, oder ist Gift, oder, so, also ne, das ist jetzt keine Einzige Übersetzung, ist so frei, und kann ja jeder auch, mit Suchmaschinen sich nicht, Ja, das ist, das ist auf jeden Fall das Bedrohungsszenario, dass diese Beziehung auf jeden Fall, äh, quasi vergiftet, zumindest die, dass, dass, dass der Mann da irgendwie scheinbar nur so drauf gucken kann, ne, also er kann, also er kommt ja auch wirklich zu keinem Zeitpunkt auf die Idee, also der Arzt, der sich ständig um die anderen kümmert, der kümmert sich, der garantiert nicht um sich selbst, und er hat ja wirklich, also genau, er hat das Gefühl, er hat dann leider Pech gehabt, und ne frigide Frau erwischt so, und sieht glaube ich wirklich kein anderes, also, ja, nur mit steigender Verzweiflung, aber, ne Idee, irgendwie anders damit umzugehen, als von seiner Frau zu erwarten, dass sie mal wieder anders ist, darauf geht. Ich meine, wir können ja das auch einfach umdrehen, wer sagt uns denn, ne, wir sehen einen Arzt, der sich da, ähm, quasi masochistisch, äh, so betreten ist, wer sagt uns denn nicht, dass Pierre nicht auch irgendwo seine Fantasien auslebt, ne, nur weil sie ihn dann mal besucht oder so, und, äh, vielleicht wollte er auch gerade woanders hin, oder so. Also das hatte ich dann übrigens noch so überlegt, ne, gibt's jetzt auch noch den Moment, wo, 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 da treffen die sich. Aber dafür ist ja Pierre da, äh, äh, aber das, äh, ja, so uns entstander. Ja, denn, äh, zu Form, äh, ich, äh, sag mal was zu Form. Ich sag mal was zu Form. Nein, ich hab das, also ich hab das sehr genossen, dass das ein, eine, eine so, so herrlich, schöne, klare Bildsprache, so mit schön und mit klar, versuche ich gerade zu beschreiben, dass, ähm, mir, ich wüsste jetzt keine einzige Einstellung, wo ich dachte, oh, unglaublich, wie haben sie das gemacht? Aber sie, äh, ich war immer, äh, ich hatte, also ich, ich hatte immer eine, auch in den Realszenen, immer eine gewisse, äh, ästhetische Erhöhung, also, ne, also die Kostüme sind natürlich ein bisschen nicht von dieser Welt, ähm, und, äh, in den, in den Bildern hat, also, ich hab das Gefühl, wir sind schon immer on location so, aber mit einer, mit einer sehr starken, künstlichen, beleuchteten Wärme, so, das kommt ja immer mal, die Schatten, das sieht man ja auch hier auf jeden Fall. Ja, klar, genau, also, also ich mein, Kessling, die Nerf ist immer perfekt ausgeleuchtet, so, und man merkt auch, da sind nochmal drei Scheinwerfer mehr drauf, als bei den anderen, ähm, und dann mag ich aber, dass das sozusagen auch, also vielleicht so, also unangestrengt, präzise inszeniert ist, und da gibt's eben wirklich sehr ausgewählte Nahaufnahmen, ne, wenn wir dann mit den Füßen nochmal so, also dieser Moment, wenn sie sich, äh, dann wirklich entschieden hat, äh, ich glaub, wieder zum Bordell zu gehen, wenn sie da halt die Stufen so hoch geht, das ist also, also das, das ist ja schon fast Hitchcock, ja, also wirklich im richtigen Moment, äh, äh, eine, eine, äh, äh, eine Verstärkung eines an sich banalen Vorgangs, sie geht die Treppe hoch, aber sie geht dort wirklich jetzt in eine andere Welt, und sie hat sich, und sie tut das aus freien Willen, das ist also ein großer Moment für diese Figur, und da verpasst Burnell auch nicht die Gelegenheit, das visuell entsprechend auch, äh, sehr stark nach vorne zu bringen, und das hab ich sehr genossen, der Film ist voll davon, das im richtigen Moment, äh, zu verstärken, aber nie zu übertreiben, und auch nie zum Selbstzweck irgendwo hinab zu driften, also ich find wirklich diese, diese, diese lange Doppelblende so, das ist noch eins der krassesten, äh, eine der krasseren Verrenkungen so, ne, wo ich so, wo ich sozusagen merke, wie jetzt grad der Filmemacher sozusagen die filmische Keule schwingt, an anderen Stellen merke ich das gar nicht so, ist das viel, ist viel subtiler, sehr schön. Ich find's zum Beispiel sehr, also ganz toll, äh, auch die Arrangements mit den Figuren im Raum, also wenn jetzt zum Beispiel dann, Michel Piccoli hinten rauskommt, er dann in das Bordell, und sitzt in dem Stuhl, und dann, äh, Madame Manahe geht noch um so ihn rum, und wir sehen immer, haben aber immer den Blick auf Kathrin Deneuve, ganz hinten zwischen den beiden, also wie dann alle, jeder genau an seinem Posten steht, dass man die eben so sieht und so. Das ist ein schönes Beispiel, diese Szene sich anzugucken, ne, also was passiert da alles in den Gesichtern, und natürlich vor allem in Deneuves Gesicht, das ist, ja, sehr auf dem Punkt. Also, dass eben die Personen sich während dieser Einstellung auch bewegen, ne, und dann eben trotzdem das da. Das hab ich ja einmal gedacht, äh, zum Schluss hier, wenn er mit dem Auto davonfahren will und dem anderen reinfährt, dann ist so, oh, das sind doch schon ein paar Bremsspuren, hab ich auch noch nicht vorher gesehen, aber es ist wahrscheinlich doch die zweite oder dritte Szene an der Stelle, der Take, aber, ich mein, ist ja auch geschenkt, aber. Ich mein, der Film ist schon auch von einer gewissen, äh, ich würde sagen, leichten, also, also, so einer schwebenden Ruhe auch so, ne, also, da, also, ist kein, kein aufgeregter Film, aber er leistet sich ja zum Beispiel einen sehr aufgeregten Moment, nämlich, äh, die, ich weiß nicht, ich will es nicht die Ermordung, aber die Überwältigung, äh, das, was weiß ich, ob das der Typ ist, der das Geld transportiert, also, wenn die beiden Gangster den, den anderen im, im Fahrstuhl, überfallen, dann hat er, das ist ja plötzlich ja ganz heftig geschnitten und montiert, ne, mit diesem, äh, äh, sozusagen, wir hören im Off, irgendwie, wie sich die Gangster was zurufen und, äh, Stockwerk um Stockwerk, äh, wischt es so an der Kameralinse vorbei und dann, äh, flüchten die beiden in zwei verschiedene Richtungen und die Kamera fährt so auf dieses geschwungene, äh, ähm, Gitter von, von Geländer hinzu, also, also, es gibt dann so Momente, in denen das dann plötzlich richtig aufdreht, wo man auch merkt, wenn er wollte, könnte Burnell ein einziges, äh, Scorsese-mäßiges, äh, Kamerafahrtenfeuerwerk abbrennen, aber braucht es gar nicht, er hält das gar nicht für nötig, das finde ich sehr schön. Finde ich ohnehin immer wieder interessant, wann manchmal an was für Sachen, wo irgendwie eine Kamerafahrt ist und wo dann plötzlich nochmal so ein Schnitt kommt, also, keine Kamerafahrt, aber wenn sie zum Beispiel mit dem Dreck beworfen wird, ist ja auch immer so, ne, ganz klar erkenntlich auch immer so ein Ding. Ja, so springende Schnitt. Also, wahrscheinlich haben sie sie nochmal kurz ein bisschen zurecht machen müssen oder so. Ja, oder? Aber das andere ist zum Beispiel gleich zu Beginn, wenn diese Kutsche, die eben erst so, diese lange Einstellung, die fährt auf die Kamera zu, dann folgt ihr die Kamera und die Kutsche fährt wieder weg und dann sehen wir, fahren wir von vorne auf die Kutsche zu und kurz bevor, dann kommt nochmal dieser Schnitt und dann sehen wir so und fahren mit ihr zurück, ne, da ist auch nochmal so ein kleiner Schnitt drin und so, also immer mal wieder so, zack, und auch nicht im Sinne von, den darf man nicht bemerken, sondern der ist da, um ihn auch zu bemerken, um eben das nochmal Ich glaube, dass das zu diesen Dingen gehört, die diese Traumsequenzen als Traumsequenzen erkennbar machen, dass das in denen solche Dinge passieren, ne, also solche, solche auffälligen Schnitte, so, äh, ich, ja, ich glaube, dass das diese vielen Kleinigkeiten sind, äh, die das machen, die diese, ähm, also ich, ich hab, ich hab, ich hatte ja jedes Mal einen anderen Atem, ob es eine Traumsequenz war oder ob ich in der scheinbaren Realität bin, ja, und das, das erreichst du ja dadurch, indem sozusagen unerwartete Schnitte kommen. Ich finde sowieso, dass, äh, das Thema Märchen hier ja auch irgendwie präsent ist, also so wie ich ja einfach so behauptet hatte, rot ist, das ist die Rotkäppchen hier im Wald, ne, und, äh, Belle de Jour, es gibt, äh, die Schöne und das Biest, La Belle et la Bête, äh, ja doch genau, La Belle et la Bête, äh, die Biester, wer sind hier die Biester oder wer ist kein Biester, wer ist das, das, äh, wer ist der Wolfs, das Schaf im Wolfspelz und solche Dinge, also, dass da auch so eine Einflüsse, ich meine, kann man, weiß ich jetzt nicht, wie das vielleicht vom Roman her kommt oder kommen könnte, wie ich, ich bilde es mir auch einfach nur ein, ich behaupte das jetzt einfach nur, ist ja kein Beleg oder so, aber, äh, dass auch solche Elemente da mit reinspielen und das auch nochmal unterstreichen, ja. Ja, ich meine, vielleicht muss man auch wirklich allein schon deswegen an sowas wie Rotkäppchen denken, weil in Rotkäppchen ja auch so unglaublich viel drinne steckt, das ist ja auch, also, also, das ist ja so sehr aufgeladen, mit all diesen urmenschlichen Themen von, von, von Erwachsenwerden, von Begierde, von Verlust und, also, das schwingt natürlich auch in diesem Film mit, also, ja. Ich finde auch diese ganzen Phallus-Symbolen, wenn sie da im Tennis-Club ist, wenn sie sich dann so hinsetzt und dann hat sie diesen Tennisschläger, diesen schwarzen Tennisschläger, so dermaßen, dann kommt ja Michel Peklino und dann, äh, äh, und, ja, wie gesagt, dann hier Adolf, der esst noch den, den Champagner da. Ja, das ist schön, der ergießt sich denn da, ja. Und das Geschenk natürlich auch so nochmal, schön mit Druck rausgefeuert. Ja. Äh, und dann, wie gesagt, hier bei Marcel ja sowieso mit seinem, äh, äh, G-Stock, der dann zum Messer wird, den er auch noch rausholen kann und, äh, die Waffen ja auch noch, also, auch das ja immer wieder so vorgeholt wird. Und der, der Asiate, der macht da gar kein Ding noch, der macht hier einmal den Starken mit seinem Oberarm, zeigt einmal, was er für Muskeln hat und so sieht das dann aus. Ja Max, ich glaube, das ist jetzt auch die Stelle, äh, wo du quasi noch schnell abfackeln kannst, was dir noch an Bildern aufgefallen ist, äh, die jetzt hier unbedingt noch benannt werden. Ah, so, da war noch, ja, die Frage wäre, welches Bild müsste man nicht benennen, ne, also, ne, also auch, diese, wenn man dann mal draußen ist, so, ne, eben der Wald zu Beginn, dann geht's ja durch diesen Herbstpark, der Verfall, wie gesagt, hier der Knopf fällt ab und dieses Laub fällt hinunter und da, alles so, es wird immer kälter. Das ist übrigens mein Lieblingsbild, wenn sie, ähm, nochmal weg geht von dem Bordell und sie dort an den spielenden Kinder vorbei, das ist, also, es ist auch wirklich ein, 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 ein Geschenk des natürlichen Lichts gerade, also, vermute ich, aber es ist eine sehr, es ist eine ziemlich offene Totale, in der ich weit gucken kann und genau, es ist wirklich, also, wäre wirklich krass, wenn das komplett durch inszeniert ist, also mindestens die Statisten, das ist schon ziemlich aufwendig und dann diese, diese, diese Herbstblätter, also, da habe ich auch kurz so ein sehr malerisches Gefühl gehabt. Aber auch da habe ich wieder im Hintergrund, dieses Gebäude, äh, war da mit drin, oder? Das könnte sein, das ist auch wieder dieses rote Gebäude. es ist, es wird ja auch gleich am Anfang, ist es ja schon sehen, als Teil eines solchen Stadttarks, ja. Ja, das ist, das ist ja eben auch, genau, ja, und dann sind sie ja auch im Winter oder in diesem Skigebiet in den Bergen, wo es ja noch kälter ist, also noch schlimmer das Ganze, aber da ist ja dieser warme Gegenpol, der Verführer. Wie die da einmal unter diesen, also, ich mache noch die Glasflasche kaputt, was machen die denn da? Hm, tja, guck doch mal. So, dann dieser leere Strand natürlich, auch da wieder, wo ja dann wieder diese Distanz plötzlich da ist, obwohl sie sich schon nahe gekommen sind und dann ist halt, da ist nichts, da ist einfach nur Sand und nichts, das Einzige, was da vielleicht nur ist, ist, das Auto steht im Hintergrund rum oder so, also auch da wieder die, das Widerspiegeln der innerlichen Abfolgen im Äußeren und in der Natur. Ja. Tja, aber vielleicht könnte man jetzt ja auch mal, das mache ich jetzt absichtlich so ketzerisch, die Frage ist ja, wie viele Sterne gibst du bei Letterboxd? Sieben bis fünf. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gemacht habe, aber ich würde so aus der Hüfte natürlich Acht geben, aber das letzte Bild, was ich noch erwähnen muss, das ist natürlich, wenn Piccoli, wenn dann zum Schluss Pierre alles gesteht und dann sehen wir auch bei ihr wieder, dann geht sie da entlang, wir haben wieder den Blick auf die Füße und dann geht es auf die Hand, die Hand, die an dieser Tischplatte da langfährt und dann steht sie irgendwie vor dieser, es ist kein einfaches blindes Glas, aber so dieses ganz feine Glas und das finde ich auch wie ein total starkes Bild, einfach nur wie das so ist da, vor dieser Fläche und sie weiß eigentlich, was geschieht, aber sie kann es auch nicht richtig sehen und wir haben natürlich auch immer mal diese Blicke in den Spiegel, auch das ja, nachdem sie ihr erstes Mal hatte, duscht sich, schnell nochmal Lippenstift drauf, kann ich mich noch im Spiegel ansehen, ich kann mich noch im Spiegel ansehen, die Unterwäsche, die schmeiße ich ins Feuer, aber so ganz kann ich mich von dieser Sünde auch nicht lösen, ich nehme den BH nochmal so halb raus, wo mein Mann kommt und das ist der Moment, wo ich mich gefragt habe, Moment, hat er das jetzt eigentlich noch entdeckt, dass der BH da liegt oder hat die Haushälterin den dann da gefunden oder konnte sie den doch noch wegnehmen, weil sie die ganze Zeit im Bett lag? Dieser Mann verdrängt garantiert alles, was mit der Lust seiner Ehefrau zu tun hat, auch das wird er nicht bemerken, obwohl es offensichtlich ist. Und das spätere Aufgreifen des Kamins dann wieder eben bei dem Gentleman mit der Nekrophilie, mit der Inzest-Nekrophilie da. Ja, stimmt, das ist ja eine Kombi. Also ich finde es einen höchst unterhaltsamen Film in der Hinsicht, dass er mir so viel hinwirft, über das ich mir Gedanken machen kann, ohne dass ich selbst zu irgendeinem finalen Satz komme, in dem ich sage, so ist das, Punkt. Sondern dass ich sage, das könnte so sein, aber wenn ich hier, wie gesagt, diese andere Abzweigung nehme, dann passt das vielleicht auch so wieder und Hüttelhüttel, also der mir da sehr viel anbietet und das macht mir sehr viel Freude, das macht mir Spaß, er unterhält mich gut, ja. Ja, und wenn die das wirklich sehr stilvoll provozieren. Eigentlich dafür, was wir hier alles sehen, da wird eine Frau niedergemacht, und das ist Vergewaltigung, Beleidigung, Auspeitschen, das ganze Ding und dann sitze ich da hier eben und sage, das ist sehr unterhaltsam. Naja, weil er das ja wirklich auch auf eine Art und Weise inszeniert, die das sehr zugänglich lässt, ohne, finde ich, etwas wegzunehmen von der, also ich finde, also ich wüsste gar nicht, ob, also eine Inzest-Nikrophilie-Szene, das ist schon so weit weg von allem und so unangenehm, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn mir einer sagt, du, so eine Szene gibt es da drin, ob ich denn auch Lust habe, das zu gucken. Und, äh, äh, das ist ja nun wirklich quasi, äh, ein, also, also, ich finde, es ist sehr stilvoll inszeniert und dennoch, äh, sind alle, alle Unannehmlichkeiten sind trotzdem drinne. Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, das ist, vielleicht ist das wirklich auch eine Kunst, dass der das schafft. Ähm, also eigentlich müsste der Film mich viel mehr vor den Kopf stoßen. Ständig, ähm, provoziert er mich, dass ich immer sage, ach, hau ab so. Aber der Film schafft das sozusagen, diese, diese, diese Abgründe ohne, ohne, ja, ohne aufgesetzte Geschmacklosigkeiten. Weißt du, also ich meine, also wenn ich dran denke, wie ein Gaspar Noé in den Anfang 2000er, quasi das Kinopublikum provoziert hat, dann halt wirklich, also, mit, mit massiven, also Geschmacklosigkeiten ist noch harmlos ausgedrückt, ja, also, quasi, äh, ja, ich finde, also ich rechne, ich rechne Buenel das hoch an, dass der über solch Abgründiges so schöne Filme macht. Ohne, dass ich das Gefühl habe, er verschleiert oder kaschiert etwas oder beschönigt etwas. Das ist interessant, also ein schöner Film, ohne es zu beschönigen. Da muss ich nochmal, Ja, ich habe auch gerade überlegt, also du sagst, wenn du jemanden an, wenn man jetzt jemand anders erzählt, also da wird eine Frau ausgepeitscht, Inzest, Nekrophilie, geht doch bei uns auch immer so voll ins Kopf gehen und dann siehst du diesen Film und denkst, er hat schon irgendwie recht mit dem, was er gesagt hat, aber es ist ganz anders, als ich gedacht hätte. Und du, ich kann, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich immer dankbar, wenn ein Film nicht mal halb so viel meiner eigenen voyeuristischen Begierden befriedigt, weil es ist oft eher von sehr kurzer Dauer die Faszination und hat meist, meist bleibt nicht so. Ich habe das Gefühl, von dem Film bleibt eine ganze Menge und der Film, glaube ich, darf auch noch ganz schön lange geguckt werden. Weißt du, da verflüchtet sich nicht so schnell. Ja, und vor allen Dingen auch wiederholtes Sichten durch diese ganzen Sachen, die da rumliegen und sind, bringt immer neue Möglichkeiten, sich das anzugucken. Ich würde auch sagen, wir kümmern uns jetzt um die Katzen, setzen uns unsere Sonnenbrillen auf. Gibt es einen Ausblick, den wir machen können? Können wir gar nicht, ne? Wir sind richtig... Also in der Schatzkiste ist im Oktober angesagt, die Herberge zum Drachentor, Dragon Inn. Ja, kannst du da ein bisschen erzählen, wie du auf den Film von vielen gekommen bist? Ich kenne den nicht, ich weiß nichts über den. Also, ich habe es ja in der Einführung, war das so kurz so an, klang es so an, Thema ist, so ganz grob oder Leitfahrend, so Filme vor 50 Jahren, die jetzt eben 50 werden, 67, 68 so, nicht nur, aber nicht ausschließlich, aber, und der war halt auch gerade wieder, der schwirrte so kurz durch die Kino-Runde, ist jetzt verfügbar und ist jetzt gerade frisch restauriert und reingeguckt und, ja, kann man auf jeden Fall mal zeigen. Auch dauert, geht es um Sexualität, auch wieder völlig unerwartet und... Ach, jetzt hast du mich. Ja, ist ja gut, Max, aber... Also, die Hälberge zum Drachentor von King Hu, der damit einen Meilenstein des Wuxia-Genres wohl geschaffen haben soll. Wenn es um Sexualität geht, bin ich sofort dabei. Also, gerade so die Tricktechnik ist da, kommt er immer wieder ordentlich durch, super geile Bilder immer wieder, weil er eben irgendwie, glaube ich, also er ist von den Shaw Brothers weg und eben aufs Festland China und hat da halt noch geilere Kulissen gehabt und ich kenne mich natürlich auch nicht aus bei ihm, aber er hat so anscheinend diese Kampfspot-Geschichten da richtig ordentlich mit aufgemischt und ich finde, das kann man sich auch angucken und die Story passt halt auf den Bierdeckel. Der eine möchte mehr Macht haben, bringt deswegen den anderen, der auch mit einer Macht ist, um und die Kinder sollen eigentlich ins Exil geschickt werden und dann fällt jemand an, nee, die Kinder bringen wir besser auch um und da kommen so ein paar mystische Fremde und dann werden sich Köpfe eingeschlagen, gestochen, gefeilt und was nicht alles und das Geile ist aber nicht nur, dass die Kämpfe durchaus interessant inszeniert sind, sondern auch, dass die große Kunst des Spannungskinos, des Aufbauens, wenn halt der eine in diese Herberge kommt und da sind die ganzen Bösen und du weißt, es wird jetzt gleich richtig doll knallen und wie lange kann man diesen Bogen spannen, bis es soweit ist und was passiert eben in diesen Szenen und das ist das, was ich finde, was ihm da mehrmals sehr, sehr unterhaltsam, auch durchaus mit einem gewissen Humor verbunden gelingt. Das war jedenfalls schön, das etwas ja, was ja die Zuhörer hier nur ahnen können und vielleicht noch nicht mal das, vor dem Film lief ein Trailer von diesem Film, lief ein Trailer von To Kill A Mockingbird und hier saß ja ein ganz schön junges Publikum, würde ich sagen, da sind viele Leute, die jünger waren als ich, sehr gut gemischt, saßen hier sozusagen um einen französischen Film in der Originalfassung mit Untertiteln zu sehen und dennoch sozusagen merkte ich, dass das eine ganz schöne Herausforderung war und ich habe mich sehr gefreut, dass es sie gibt, die Herausforderung mit so unterschiedlichen Filmwelten konfrontiert zu werden und wie schön, dass du sozusagen die Stütze gibst, naja, sie kommen alle aus der gleichen Zeit und allein, dass sie so aus, also diese drei Filme, die sozusagen heute mal so zwei nur angespielt und den einen komplett, haben glaube ich ganz schön den Horizont aufgemacht von vielen Menschen, die heute da waren. Also ich merkte jedenfalls, dass der eine oder andere ganz schön zu tun hatte, das jetzt so zu verarbeiten, ne, also auch eine, auch das ist ein Trailer in einer Ästhetik bei To Kill a Mockingbird, das sehr auffällig gemacht ist, die sozusagen so weit weg ist von dem, was wir heute ja wirklich bis zum Erbrechen gewohnt sind, ne, also wie wir schon routiniert die 2.30 oder die 1.40 von so einem Trailer so an uns vorbeiziehen lassen mit den immer gleichen, also wo wirklich manchmal sich die Filme kaum noch unterscheiden, so, ne, weil sie sozusagen so gleich gemacht werden, ist das echt faszinierend, wie man merkt, ne, hier wurde ein, also hier gab es einen Film und dazu wurde ein Trailer gemacht, nicht wir machen Trailer, Trailer, Trailer und alle Filme ne, wir schneiden das einfach nur aus dem Filmmaterial und machen noch so zwei Sprüche dazwischen. Sehr faszinierend, sehr schön, ja, das wird doch was, da wird sicherlich dann auch das ein Teil dieses Podcasts werden und ich könnte mir vorstellen, manchmal gibt es immer so Dinge, die so herumschwirren, wo ich manchmal denke, ah, da könnte man nochmal zugreifen, manchmal nutzen wir ja auch die Gelegenheit und sind auch mal bei anderen Podcasts zu Gast, da überlege ich gerade, gibt es was, was wir erzählen könnten? Wir können, also die Folge kommt jetzt zur Bundestagswahl raus, ne, am 24.9., der Horror Oktober steht vor der Tür, das ist alles große Dingsaktion, ich weiß noch nicht, ob ich mich da noch irgendwie richtig mit einklicke. Ich habe neulich schon geguckt, ja. Oder der Daniel vom Spätfilm macht dazu wieder viele Kurzfolgen und bei einer habe ich dann gesagt, hier, da, dieser Film, da hätte ich auf jeden Fall Lust und mal gucken, wie wir das genau umsetzen, ich habe da noch so ein paar, ein, zwei Gedanken dazu, aber also der Horror Oktober guckt unter dem Hashtag Horror Oktober einfach bei Twitter, Facebook, Internet, die Welt, bei cinecouch.net ist die Anlaufstelle, es gibt auch schöne Sachen zu gewinnen, dank Capelight Pictures, das organisiert da glaube ich der Jan hauptsächlich immer von der Cinecouch, der auch hier schon mal zu hören war, gerade jetzt auch beim Terzer Vision mit zu hören war und sonst, ja, Schatzkiste steht dann ab jetzt wieder relativ regelmäßig an, ob wir alles in den Podcast packen, werden wir mal gucken, ob sich das immer ergibt, ich habe, also gerade bei der Filmauswahl, die ich so getroffen habe, bin ich auf jeden Fall selbst gespannt, was wir erzählen könnten, Punkt. Ja, und um den Horror Oktober nochmal sozusagen rund zu machen, auch ich werde dann beim Spätfilm einmal auftauchen und sogar noch ein zweites Mal und das liegt daran, dass ich dem Daniel einen Film ganz ans Herz gelegt habe und den möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen, wer hier wirklich schon ganz fleißig und länger zuhört, dem ist das auch nicht ganz neu, dass vor jetzt weiters mehr als zehn Jahren ich mal mitgemacht und durfte bei dem wohlmöglich spektakulärsten Zombiefilm, der jemals in Mecklenburg-Vorpommern gedreht worden ist, dort war ich Kameramann und dieser Film ist nach zehn Jahren dann fertiggestellt worden und diese kleine Odyssee hat einen, ja, ich finde ihn ja durchaus amüsanten 74-minütigen Low-Budget oder No-Budget-Horrorfilm produziert, den man jetzt auf YouTube gucken kann, also das kann ich euch nur nahelegen, da dürft ihr gerne mal vorbeiklicken, mir wird bestimmt der Link hier in die Beschreibung dieser Podcast-Ausgabe reinfallen und vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr beim Horror-Oktober mitmacht, tut euch den mit auf die Liste drauf, wer bei Letterboxd uns hinterher googelt, findet dann auch zum Beispiel eine Liste, ich habe es mir versucht, auch ein bisschen leichter zu machen, weil ich habe letztes Jahr die 13 Filme nicht geschafft, ich habe mir einfach gesagt, sieben ist auch irgendwie so eine Zahl, die Horror-Genre ganz gängig ist und habe mir sieben No-Budget deutsche Horror-Schocker vorgenommen, ob ich das schaffe, weiß ich auch noch nicht, aber ich hatte dann auf jeden Fall einen guten Grund, den Wage on Stage da auch mit dazu zu packen. Freitag der 13. ist im Oktober wieder, da kann man sowas mal machen. Ja, zum Beispiel. Gut, dann würde ich sagen, also spätestens in einem Monat hört ihr hier wieder von uns und bis dahin, manchmal eben auch noch an anderer Stelle, folgt uns bei Twitter oder schaut bei unserer Facebook-Seite vorbei, da taucht dann auch das eine oder andere nochmal an Wortmeldung auf. Geht ins Kino. Na bitte. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.